Beim letzten Mal bei den Outlaws auf Alkenstar habt ihr euren ersten Schritt in Sachen Rache gegen Mackland und Loveless angetreten. Ihr wurdet von der Salonbetreiberin Phoebe Dunsmith damit beauftragt, eine Bank auszuräumen. Doch nicht irgendeine. Sie befand sich im abgelegenen Stadtteil von Alkenstar und gehörte zufällig Ambrose Mackland, der dort wohl dreckige Geldwäschegeschäfte im Verborgenen durchführt und laut Dunsmith dort aber auch einiges an Geld lagert in den Mauern eines alten Abadar-Tempels. Ihr seid durch den Hintereingang eingebrochen, habt die Kassierer mit Waffen bedroht und habt euch dann der Bankmanagerin Madame Dresch angenommen, die vorbereitet war auf euer Eindringen und hat sich einen kurzen Kampf mit euch geliefert, hat dabei den Goldesel schwer beschädigt. Aber ihr habt ihr die Pistole auf die Brust setzen können und ihr befohlen, dass ihr den Safe aufmacht. Im Safe-Raum selber waren nochmal zwei von diesen mechanischen Wächtern und eine riesige Kiste. Die Kiste habt ihr kurzerhand in euren nimmervollen Beutel gestopft und habt dann, nachdem ihr die Leute noch verschnürt habt, schnell einen Abgang durch die Hintertür gemacht und seid auf den Schrottplatz geflohen, der ja eure Fluchtroute war. Auf euren Fersen waren dabei schon die Schildmarschalle, die wohl durch die Sirenen der Wachroboter aufgeschreckt hinter euch her waren. Unter anderem sogar Madame Lovelefs persönlich, die ihr kurz in einem Wutanfall noch hören konntet, bevor Griselkrax einen Schrottturm umgestürzt hat auf dem Platz, sodass eine natürliche Barriere entstand und sie erstmal nicht hinterher kam. Aber vielleicht finden sie einen anderen Weg, euch zu finden. Ihr habt hier auf dem Schrottplatz einen freundlichen Goblin namens Gomak getroffen, den Griselkrax auch kannte. Und er hat gesagt, seinen Stamm, die Nagelfresser leben hier. Und dass sie vielleicht eine Aufgabe für euch haben, denn seit neuestem sind auch hier gefährliche Mutantengnolle unterwegs, die die Goblins bedrohen. Außerdem ist ihre Mechanikerinnen abhanden gekommen, auf die sie immer angewiesen waren. Und ihr habt euch aber erstmal einen großen Kran auf dem Schrottplatz angeschaut. Sir Gideon hat das zumindest getan, doch als er sich der Fahrerkabine genähert hat und Josef vorsichtig einen Zauber darauf gewirkt hat, weil wir dort drinnen Schaben und Fauchen zu hören waren, brach ein Kakerlaken-Schwarm daraus hervor, der euch nun attackiert. So, dann holen wir euch mal hier rüber. Kakerlaken-Suppe, jetzt brauche ich mich auch. Arme, ey. Wackhaft. Echt mal. Haben wir ja eh noch nichts gegessen, ne? Okay, ihr könnt mir schon mal dann in die Initiative würfeln. Oh, darf ich selbst würfeln? Ja, du bist ja auf heute Noticing unterwegs, dann darfst du das tun. Oh, sehr schön. So, Kakerlaken-Schwarm mit rein. Wollen wir mal ein zweiter. Warum ist der Korgi eigentlich größer als ich? Eigentlich ist er nur klein. Die sind alle gleich groß, das sieht nur so aus, weil der da aus dem Bild rausguckt. Der Grissel-Krax ist auch nur Small. Smaller nehmen ja hier trotzdem ein Feld ein. Oha. Ich muss aber trotzdem würfeln, damit du mich rein und sonst noch frei machen kannst, ne? Oder? Ja, also ich bin glaube ich am Schlafen. Entscheidet gerade meine Initiative. Pisse, pisse, pisse auf einmal. Ah, ich mein, du warst letztes Mal eh nicht da, von daher fast schon. Also letztes Mal warst du schon da, aber am Ende halt nicht. Ja, ja, ich weiß schon, wie du meinst. Ich finde doch geil, dass mein Charakter ins Feld vom Gitter reinlaufen muss für Nahkraft-Angriffe. Ich habe keine Reichweite. Damit beginnst du Stardust. Ja. Ja. Ich mache einen Quick-Bomber. Quick-Bomber. Ich ziehe eine Alchemisten-Feuer und werfe es direkt auf die Kakerlaken drauf. Alter, hab ich. Ne, aber war das der Richtige? Komm, mit Karussellern ist das ein bisschen groß, oder? Ich mach die mal kleiner. Egal. Wesentlich winzig. Oh Gott. Jawoll. Clear. Der halbe Schrottplatz geht in Flammen auf. Alk. Das ist eine beeindruckende Formel und der Schaden ist ziemlich erbärlich. Ne Critical Hit Karte, ne? Bombe. Triple Damage to Dragons. Okay. Double Damage to... Ja, gut. Das bringt wenig. Das ist das Drachen. Oh ja, wie geil. Drachen-Schrecken. Geil. Okay, die nehmen aber einiges an Schaden dadurch. Die Hälfte der Reihen wird ausgedünnt. Das war meine erste Aktion. Meine zweite Aktion. Quick Bomber. Warte, war das nicht grad schon. Ich ziehe ein Alchemisten-Feuer und werfe es. Alter, dann lässt du das einmal knallen. Das pfeift daneben. Ach, warte mal, hier eure Hero Points. Es gibt immer was Flash-Damage drauf. Ja, warte. Ein Failer. Warte, warte. Aber bei Hero Points, da kann ich direkt einsetzen. So, sind jetzt da. Könnt ihr noch gleich eure Karten ziehen? Weiß gleich, oder? Aber man macht nur noch meinen Cut. Nee, komm. Ich, äh... Das geht ganz daneben. Ach, das ist natürlich bitter. Und als dritte Aktion sag ich Nudel, der soll wegrennen. Lass die anderen sterben. Das portable Brot setzt sich in Bewegung. Okay. Hau ein Grisselkrax ist dran. Da mein Stace War aufhöhe, ist jetzt ihre Perception. Nehme ich an, ich bin noch hinten. Okay. Genau, sie sind Off-Guard. Hast du sie Off-Guard auf mich eingestellt, oder soll ich mir einfach Plus 2 auf den Wurf geben? Ich hab Off-Guard gemacht. Ich würde sogar vermuten, dass das Foundry machen würde, aber... Wir machen's mal manuell. Jede Plus-Eins-Matters. Du wartest einen Moment ab, wo 5 oder 6 Schaben hintereinander sich aufreihen und mit einer einzigen Kugel fegt sie durch den Rest des Schwarms und die grässliche Bedrohung der Schafe ist damit auch schon wieder vorbei. Oh, das ist ja äußerst bedauerlich. Allerdings. Keine Toten. Ich hab irgendwie mir erhofft. Immerhin muss ich meine Schnax nicht dreckig machen. Mit diesem Viechern. Oh, amüsant, amüsant. Ein schöner Schuss, oh Goblinbrot. In der Tat, das ist eine wirklich beeindruckende Waffe, die ihr da habt. Ja, du hast es selbst gemacht, vielen Dank. Interessant. Oh nö, Gideon, ihr wolltet dort etwas an dem alten Kran machen. Bitte. Ich bin jetzt wieder sicher zu sein. Ich kann ihn mir mal... Ich kann ihn mir mal einfluten. Ganz klar, wenn du hier hingehst und dann hier hoch, ab da ist dann der Weg freigeschaltet. Freigeschaltet? Ja, ich hab da eine Tür aufgemacht. Ich beschreibe ihn nochmal. Da steht ein großer windbetriebener Kran, der über den Bergen des Schrottes hier aufragt. Der Fuß des Krans ist total von Trümmern umgeben und sein Arm weist Rostnamen auf. In der Steuerkanzel wurde die Abdeckung der Steuerung entfernt, sodass Zahnräder und Mechanismen hinter den Fußpedalen und rostigen Hebeln frei liegen. Und apropos rostig, das ist echt sehr stark alles korrodiert und da klebt auch allerlei Schmand im Getriebe. Also um den irgendwie wieder in Gang zu kriegen, brauche ich entweder viel Muskelkraft oder Feingefühl und mechanischem Verständnis. Willst du den versuchen, ins Betrieb zu nehmen? Na klar. Okay, ich vermute mal, Engineering-Lore hast du nicht, oder? Äh, nee. Okay, das wäre am einfachsten gewesen. Aber sonst gibt es halt hier Athletics oder Crafting als Möglichkeit. Der hat es? Ja. Muss aus Alkenstar kommen. Einfach mit Kraft lösen. Einfachste Methode. Ich glaube, ich hätte mir das schon mal gesehen. Moment. Wenn ihr mit Kraft reingeht, würde ich gerne etwas kopieren. Oh, ich könnte es versuchen. Etwas. Nun ja. Einzel. Ja, perfekt. Okay, du nimmst einige der Schabeneier, die da auch noch, die haben da so ein Gelege gehabt. Ja. Die nimmst du jetzt mal vorsichtig runter. Also das ist schlimm. Also das sind keine Knolleier. Dann stauerst du den Schmand aus den Zahnrädern zwischen Räumen und tatsächlich mit einigen vorsichtigen Bewegungen und Herantasten, indem du die Hebel langsam vorsichtig runterdrückst, kann der Kran in Bewegung gesetzt werden. Es gibt ein ziemliches rostiges Knarzen, als er das tut. Und ja, wo willst du ihn hinsteuern? Er fängt zu. Was möchtest du jetzt immer mit dem Kran machen? Ja, das Ding aus dem Wasser holen. Er stöpselt sie ihm. Versuchst du mal den Kran hin zu bewegen. Okay. Hier kriegst du das schon hin. Und dann geh ich ganz schnell weg. Oh, ein bisschen Abstand ist vielleicht nicht verkehrt. Gute Idee. Das ist auch kein Problem. Der Kran muss dafür so ein bisschen eingefahren werden. Dann gibt es nochmal ein ziemlich ätzendes Geräusch, was hier über den Schrottplatz hält. Aber du kannst sie dann über den, ja da hat man irgendwie so Leinen und alte Säcke reingestopft über so einen Abfluss. Kannst du die rausziehen, wenn du das willst. Jawohl. Okay. Das macht dann flupp. Und der Pool wird abgelassen. Die gelbe Brühe, die Gomuk, der hat euch ja erzählt, die wollten da wohl irgendwie einen Swimmingpool haben, aber dann ist das ganze Rost und Brackwasser da reingelaufen. Fließt dann ab in die Kanalisation, durch die ihr später auch noch müsst. Aber irgendetwas bleibt auf dem Gitter noch hängen und zeitgleich seht ihr, dass nicht alles Wasser war, sondern es setzt sich irgendeine komische gallartartige Masse hinten an dem Stahlblock ab. Dort seht ihr, dass etwas sich auf euch zubewegt. Nochmal Initiative. Der erste Schleim. Schnabelschleim. Rost auch noch. Rost auch noch. Rostiger Pudding. Da schlagt eure Axt da rein. Komm. Ja. Was ist denn ein Schnabelschleim? Also, hab ich ja noch nie gehört. Der Schnabelschleim. Hier, den hier im narkotischen Manuskripten. Wie der als Schokote beschlägt. So ist das also. Ah nee. Ihr könnt den besiegen, ne? Ich hau da nicht drauf. Oh nein. Ich muss mal hier die nächste Mal die Namen mystifien. Das Metagaming hier. Ja. Ich hab die auch direkt alle mystifiert. Bei mir kommen die zwar auch nie ganz durch, aber ist auch egal. Ah, Grisselkrax. Willst du wieder Stealth? Ja, ja. Hab ich ja schon geworfen. Ah, ja. Was haben wir denn da? Alter Junge. Jetzt komm mit Lucky Luke vorbei. Geil so gut. Ob ich das einsteckern kann? Das Schleimding? Ah, das ist leider hinter dem Schleim mit dem Stealth. Du konntest dich auf die Schnelle nicht so gut verstecken. Rex Harkor, wir geben sie. Ich hab ja nicht mal was zu werfen, da hab ich mir nicht drüber nachgedacht. Werf deine Axt! Nackt sicher nicht. Aber ich geh mal nach vorne und spiel den... Ach nee, eins zu weit. Schön, der Klärschlamm. Und spiel zumindest denjenigen, der zumindest den Damage erfangen kann. Was ist das? Möhnlich! Und mehr mag ich erstmal nicht. Du könntest dann versuchen, so ein bisschen in Deckung zu gehen. Oh, das ist stimmt. Ach ja, die gibt's ja auch, die Dodge Action, ne? Oder was? Nee, nee. Ja, das ist zwar jetzt so freies Feld, aber ich würde erlauben, wenn du so ein bisschen in so eine Defensivhaltung gehst, kannst du zumindest lesser Cover dann bekommen. Ja, wie mach ich das? Hab ich dir schon gegeben. Ah, okay, alles klar. Wir brauchen auch das Moveable Cover-Ding, was wir aufstellen können. Deswegen hast du uns damals gesagt, dass wir das ihn leitet ziehen sollen. Ich verstehe. Ja, genau. Kann ich bei dem Hund so eine Windschutzscheibe anbringen für mich? Ich seh schon, komm, mit künftigen Schlachten machst du so ein Dry Spy mit deinem Corgi. Das ist aber nur fliegensicher, ne? Da ist keine Kugel oder sowas, kommt da an. So, Herr Arkenstar. Oh, diese schweren Schlitte. Dann guck ich mal, was ich gerade für schön den Zauber hab hier. Heute noch. Ja, das Problem ist, ich hab alles in der Nahkampf quasi. Also, wie viel Fuß sind denn da? Ich geh leider doch... Kenn ich irgendwoher. Mit dem Nahkampf. Oh, ja, mit dem Usinn-Nahkampf, komm her. Ne, ich mach's einfach. Achso, ich, ja, danke. Was sind das dümme Ding hier? Hier, cast. Ich caste mein Glass-Field. Äh. Funktioniert? Ja, ich seh ihn. Okay, ich nicht. Auf dich selber, oder? Ja, ja, ich weiß nur nicht, ob das funktioniert hat. Also, ich seh jetzt nix, aber hey, ist egal. Hast du dich ausgewählt? Ja, hab ich. Tatsächlich. Ich caste nochmal. Ich caste nochmal. Aber du kannst das nicht wirklich gut mitzaubern. Nein, ich kann das immer zaubern, aber nur wenn ich Schildblock benutzt hab, kann ich's nicht zaubern. Dann behalten's mal im Auge. Schildblock with the Glass Shield. Warte mal, wenn ich das reinziehe. Schildblock was added to Campaign Feeds. Oh. Ne, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Gibt hier keine freien Feeds. Oh. Okay, komisch. Weiß ich nicht, was da. Ob's da. Ah, hier, warte. Spell Effect Glass Shield. So. Ah, okay. Keine Ahnung, warum der da nicht drin ist, aber ja. Oh, keine Ahnung, kann ich jetzt. Oh, ich hab jetzt so ein geiles Schild halt mir gecastet. Leider ist das immer eine Aktion. Das heißt, ich hätt' theoretisch noch eine übrig und würde jetzt mit der einen neuen Deckung gehen. Okay. Lässer Cover war das. Dann kriecht das Schleimige etwas sehr langsam heran. Anscheinend war der froher, als hier noch seine Suppe um ihn herum war. So kommt er tatsächlich nur bis hier und ist schon fertig. Alter. Häufel Elend. Gideon. Ja, guck mal an. Das ist doch ein Esel Elend. Gideon versucht erst mal, hier zu seinem Esel zu rinden. Aber bevor ich's vergesse, in der Fahrerkabine waren auch noch ein paar Sachen. Ich mach' die schon mal hier auf die Karte, die könnt ihr ja dann noch einsammeln, wenn ihr wollt. Dann. Warum auch immer das Zeitpunkt. Zweitnackt zu gehen zum Esel. Und dann würde ich jetzt erstmal Overdrive machen. Aktiviert. Auf den Esel? Auf beide direkt. Ah, wow. Okay, das ist krass. Noch einmal den Crafting-Wurf. Das sieht nicht gut aus. Nichts passiert. Oh, nein, nichts passiert, Esel. Danke. Er gehört dich nicht. Er ist bei da hin und dann nehm ich den aufs Korn. Ja, oja. Alter. Das trifft ihn sogar. Das macht ein flatschendes Geräusch, als er so ein Stück Schlack aus ihm rausschießt, aber scheidet mich viel auszumachen. Äh, ich weiß nicht, also ich hab ja hier ein Akubus und der hat die Kankaschiff. Ich weiß nicht, ob Foundry das macht. Äh, der macht entweder Piercing oder Bludgeoning Damage, je nachdem, wenn er eine Resistance gegen das eine hat, nimmt das andere. Ah, das ist mir in dem Fall egal, was es ist für eine Art von Schaden. Okay. Ob Piercing oder Bludgeoning, das ist was anderes, was gegen Wasser resistent ist. Ich, äh, wusste bloß nicht, ob das, äh, Ding... Ich glaub, er macht's automatisch auch. Okay. Dann mach ich einmal Covered Reload. Das heißt, ich mach jetzt einen, äh, Hide-Wurf gegen ihn. Mhm. Das sieht gut aus. Er ist Off-Guard. Waren wir nicht fertig. Achso, ja gut. Dann ist er jetzt erstmal nicht Off-Guard. Ja, aber ich bin halt hin, weil die nächste Runde ist Off-Guard. Ja, ja. Okay, äh, wer ist denn dran? Ach, ich seh das Zahnrad bei dir nie. Stardust! Welches Zahnrad? Ich dachte, der Rex ist dran, aber... Äh, ja... Was ist jetzt nächster dran? Wie, weil die sind weg? Sehr weit. Ich kann mir dagegen gegen ihn gar nichts machen, wirklich. Das ist Zahnrad gegen ganz große rote Pfeile aus. Aber das war das vielleicht einer, der wir haben... der möglichen TPK ist dieser Rostus, wer weiß. Ach, der muss erst näher dran kommen für meine... Äh, den kite ich zu Tode, wenn zwei... Der wird gleich gedesselt und war's das. Ich befehle dir einfach meinen, äh, meinen Nudeln einfach näher dran zu laufen. Uff, uff. Noch hälter schön, gleich hat er gefressen. Und dann, äh, kommt einfach ein, äh... Lucky Shot, der vielleicht hier kritisch wird. Ob man es hat... Nee, ist geladen, die war vermutet. Geladen und in sich jetzt. Doch der Lucky Shot, oder? Ach so. Ist jetzt aber auch keine Leistung gegen dir, den Us. Oh, vielleicht mach ich Schaden. Vielleicht. Oh, ein bisschen. Na, als dritte Aktion, äh, wird nachgeladen. Klick, 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 klick. Rex. Hinein in zwei Gnügen. Die Kuh ist weg, oder? Ja, aber die hat noch gut was weggeschossen. Auf, auf, Rex. Bin ich dran? Ja, ja, kein Markampf mit dir. Schwing dir eine dicke Axt. Nee, danke. Das sieht so rostig aus. Ah, boah, ich würd' einfach mal was ausprobieren wollen. RGM. Hehe. Mein, äh, Feature Intimidation-Clayer. Ja, kannst du gerne auch mal gegen den Us ausprobieren. Ja, einfach ausprobieren. Ich seh's schon. Gut, dann wählst du ihn an und, äh, drückst mal, ähm, bei deinen Basic Actions auf Intimidation. Eieieiei. Du raged doch noch gar nicht, ne? Just saying. Könntest du ja gerade so einfach Intimidaten. Rage ist auch ne Aktion. Was, was ist auch ne Aktion? Rage. Hättest du zum Beispiel die letzte Zuge machen können. Ja, ja, gut, aber der Klaas-Feed doch auch noch nicht. Ja, ja. Aber ich meinte, der ist, der ist halt besonders, weil du den halt auch im Rage anwenden kannst. Jetzt könntest du halt auch einen normalen Intimidation machen. Ich befürchte nur, dass ich meine Axt verliere. Bei dem Scheißvieh. Ah. Kannst auch nur deine Hände reinschlagen. Mh, äh, schön die Säue rein. Aber bei Basic-Action hab ich auch davon abgesehen, nur die Orc-Ferocity oder... Ne, das ist keine Aktion in dem Sinne. Oder wie tue ich sonst Intimidaten dann? Achso, einfach bei... Unten ist das Makro, Basic-Action-Makros. Dieses Schwarze mit dem goldenen Viereck. Da kommen die ganzen Möglichkeiten, die da ist. Wo soll das sein? In deiner Makro-Bar, hoffentlich. Ich hoffe, du hast es rausgezogen. Hättest du das dann letzt mal reingezogen? Näh, wir haben... Achso, Basic-Action-Makros, doch. Ja, genau. Genau, da. Ah. Gott. Da kannst du dir raussuchen, Intimidation. Ach, ich find's grad nicht. Ich auch nicht. Gut, da bin ich wenigstens nicht alleine. Äh, hä? Heißt das nicht demoralized? Ah, demoralized, ja, ja. Ach, unser D dann, oder was, Musen? Der Spaß da. Ganz oben, zweite Reihe. Kann ich mir das irgendwie rausziehen? Ne. Schade. Schade. Und dann... Ich einmal... Ich hab's ja auch mal an deinen Bogen gezogen. Dann kannst du's auch von da nutzen. Ja, jetzt mach ich's so. Lass mal. Ich mein, das wird vielleicht auch nicht eh viel schlagen, weil das fiech deine Sprache nicht kann. Ja, die können ja auch mal lernen. Aber es wird erst viel schlagen, weil da kein Don oder so... Ich hab's ja grad, du den Intimidation... Ich hab's ja grad, du den Intimidation... Ich hab's ja grad, du den Intimidation... Also ich hab's ja grad, du den Intimidation... Ich hab's ja grad, du den Intimidation... Also ihr seht... Ihr seht mich einfach so den... Dieses... Das Fieder komplett anbrüllen. Macht ja auch was. Und... War dann mein Zug. Eine sehr einfältige... Persönlichkeit. Das hat sonst bisher immer funktioniert. Leute anbrüllen. Zack. Sexy. Ich hab's verängstigt. Und dann, ähm... Hoffe ich mal, dass es funktioniert. 30 Fuß, genau. Dann hier's hier. Ich, äh... Mach ein paar dunkle Anrufungen und versuche ihn zu Void Warpen. Mhm. Schade. Lässt er nicht mit sich machen, der Freund. Gibt er dir trotzdem die Hälfte vom Schaden? Schauen wir mal. Wenn er überhaupt was davon kriegt. Ah, kriegt er es sogar voll, wie es scheint. Was? Ein Stück Leere reißt ihm Schlick ab. Die Hälfte. Weil es geschafft hat. Achso, ja. Ist ein normaler Thundax, basic. Ach, dieses Ding ist stärker als ich dachte, ey. Ah, okay. Naja, äh. Dann, äh... Als ich bewegt hab, bin ich dann fest. Oh, here we go. Ich find's ja richtig egal, dass ich den meisten Schaden gemacht hab gegen das Viech. Er kommt herangeschläckert und fährt einen seiner Pseudopoden auf. Oh, ja. Äh, aus. Um nicht mal zu grabbeln. Der klatscht aber in den Sandboden. Es scheint nicht sehr seine Umgebung zu kennen oder zu beachten. Gideon. Jawohl. Okay. Ich würde einmal jetzt an meine Hero-Action benutzen, tatsächlich. Oh. Und zwar... Klassmite. Mhm. Oh, okay. Macht er jetzt automatisch. Ja, du musst ihn im Endeffekt reinziehen. So. Okay. Das ist gut. Das ist ziemlich gut, ja. Das spiel ich jetzt als erstes wieder auf. Ich versuche den jetzt wieder an den Esel und versuche den nochmal zu überschreiben. Um einen Overdrive zu machen. Ist verhext. Das war doch nicht. Faurig, ne? Ja. Plus fünf und dann etwas neun sogar. Dann probiere ich jetzt mal eine Hevesat Repair. Und zwar kann ich da, glaube ich, nach dem Unstable-Check dann mal versuchen, wieder den Esel so schnell zu reparieren. Ja. Also irgendwie, was auch immer dieses Zwergin in der Bank bei dem Esel zerschossen hat, das musste mal richtig in die Wartung nehmen, das Tier. Also war echt kein Glück, wa? Mann, Mann, Mann. Dreckst du! Kriegt sein, äh nicht Harakor, sondern der Esel, kriegt einen Feuerschaden. Pfff. Bin ein Cherry Bayer. Warnung, Warnung. Ich geh sauer nur I.A am Ende. Der kann jetzt auch nicht mal ein Stablesachen nutzen, ne? Nö. Ja, ok. Ich geh dir den nochmal ein bisschen vor. Dein Haus, dir tut mir irgendwie leid. technisch gesehen ist das kein Tier grisselkrax der unsichtbare gut versteckt schiesig auf den Us jetzt testen wir mal ob es von Faunry so automatisch klappt war kein plus zwei drin aber ist ja eh schon krass aber warte mal bevor du weitermachst ne Sneaketick hast du nicht ne ne ok ich kriege den ersten plus 1 d6 auf den Wurf ja wenn ich mit Stails mich reinwürfe so dann reloade ich mit meinem covered reload ja Mensch ich muss ok ich hab mir die gerade ja egal versteckt dich im Müll da bist du auch immer mal versteckt so dann schiesse ich doch nochmal noch einer da peitschen die Kugeln über den Schrottplatz der Us ist mittlerweile auf die Hälfte seiner Masse reduziert oh shit Startups ja wenn ich jetzt grad Bombe werfen ist grad nicht so gut ne doch mach ich hab Rex merkt das nicht so Entschuldigung ich bin dran ja ne ne oh warum ist das Farbe von mir so ne ne das ist für den nächsten der dran ist ist gleich der ach so du hast ein bisschen andere Farbe dafür auch dein deiner ist nicht so äh opaque wie seiner meinen sieht man nur nicht ach Gott stimmt weil du so winzig bist ich hab vergessen ich hab auf den Corgi geachtet oje ja ich shoot einfach rein und ist alles in Ordnung alter der frisst aber auch ein Kritt nach dem anderen ja man krittet hier hier so hat er für die Rüstung zwölf batz es flatscht abermals nachladen und nochmal schießen typisch amerikaner so spray and pray sitzen sie da am Ufer von dem See und pam 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 bald hab ich keine Kugel mehr wenns so weiter geht die angeln ihre Fische nicht die erschießen die Fische aber regt sich was im Bursch ich schmeiß dein Dynamit rein im Schluss in den Meer in den See oh man so Rex jetzt darfst du na dann ach diese Primitiven man hat immer 3 Anions ne das heißt zuhauen darf ich schon auch ne ja sehr schön und dann auch bis die Musik ablenken hilfreich weil er dreimal auf Rage gedrückt hat eigentlich nicht doch ich sehs hier in meinem Chat ich sehs hier na gut aber ich hab auf jeden Fall 3 einmal auf Axt gedrückt und es passiert nichts ja dann hast du falsch gedrückt geh mal in deine Aktion und nicht in die Items ja und bei Aktion bei Strike musst du drücken achja ich hab das falsch rausgezogen stimmt das trifft den Us ich bereite schon mal meine Reaktion vor sag ich mir schon das mach erstmal den Schaden war wieder ein aufgeteilter Ding huiuiuiuiuiui boah da knallt der wird beinahe in äh seine letzten Überreste zerfetzt aber deine Axt als sie da durchschneidet fängt an zu rosten oh wird corroded kriegt direkt 2d6 Acid Damage die Axt ja das war's laufige Axt vielleicht kaputt 4 äh ich hab mir extra hier rausgesucht Material Hardness du hast äh Thin, Iron oder Steel Hardness ist egal hat 20 Hitpoints Threshold ist 10 das heißt die ist noch nicht kaputt 6 more to go hast du Glück gehabt Gott sei Dank Gott sei Dank du hast schon ein bisschen ange... fläzt willst du nochmal angreifen nein er ist aber fast vorm Ende und der kann die... ist ne Reaktion gewesen ne er hat nur eine der hat nur eine Reaktion er hat nur eine Reaktion komm jetzt geh ich aber nicht meine scheiß Axt ich kann ja nicht mehr machen aber er hat gedacht das ist aber ne Reaktion ich hau so drauf oha er lässt die Axt fallen und hau es mir den Fäusten da rein vielleicht reicht's ja wer weiß und tatsächlich zerdrückst du den Rest ich boxe den Rest leck unter deinen Fäusten die rostige Pampenbox lecker das ist neu Drecksvieh ich fang das einfach an meine Axt zu verrosten so eine Scheiße hier das war er der Killer-Use der kann gar nix ja ich war so nett und hab gesagt wenn man den Pool ablässt dann ist der Sloat zusätzlich zu seiner erbärmlichen Bewegungsrate wenn er nicht schwimmt ja ok ja und ihr seid eigentlich ganz gut aufgestellt eigentlich ist der der hat halt Crit Immunity aber weil der halt so oft gekrittet getroffen wird bringt ihm das auch nicht so viel na gut dann weiß ich jetzt wie ich euch einzuschätzen hab hallo ich hab ich hab vier Schaden gemacht im ganzen Kampf ich hab gar keinen Schaden gemacht Coroded Weapon Ding hat das jetzt eigentlich irgendwo auf den Nachteil also wie gesagt ne Waffe hat halt HP und ne Damage Threshold der ist bei dir 10 das heißt wenn du jetzt noch 6 mehr Schaden an der Waffe kriegen würdest dann geht die kaputt und du kannst die nicht länger benutzen dann musst du sie erst reparieren lassen und wenn du dann noch die restlichen 10 verlierst dann ist sie total Schrott ok aber die hat jetzt erstmal doch zum kleinen Nachteil auf Würfe ne ne erstmal nicht ok noch nicht bis zum nächsten Rostschleim so der Us ist weg was ihr jetzt seht als ihr ja da die Stöpfel entfernt hat da ist irgendwas hängen geblieben ach du scheiße das hätte jetzt der hallo durch einen Wink des Schicksals hängen da ein paar Handschuhe also wer braucht die denn von uns ich hab gehört die Klinken sind für mich die sind plus 1 tatsächlich aber die braucht keiner von uns oder wir haben leider keinen Mönch ey das wär schon geil ja ihr habt doch gerade gesehen wie ich geboxt hab was los ja eben wenn da ne kleinen Schlägerei ist ey leg da los ich habe übrigens beim Chardop noch ein paar Sachen gefunden ah stimmt ja aber hast du nicht mitgebracht das wär zu meinem Witz der Rest ich darf übrigens nicht looten schön so wissen doch klick und klick aber ja du musst die Dragon droppen ach muss ich tatsächlich ok Moment machen wir das doch nicht das hier so dann machen wir das im Kran stand noch so ein äh Werkzeugkoffer mit einigen Ampullen und Fläschchen so? ja äh Stardust das hätte für euch vielleicht interessant sein können da waren noch einige Ampullen drin ich nehm alle direkt äh identifiziert ist die das eine ja das ist mir eigentlich Rille ok sonst versuchst du das halt 10 Minuten ich versuch's nochmal ich versuch's nochmal und irgendwann hast du es dann auch trotzdem also ich find das ziemlich sinnlos dieses magische Item identifizieren ach drei goldene auszugeben ich weiß da gibt's wahrscheinlich Feeds die das besser machen würden und damit missachte ich die aber naja nehm die einfach nicht ach ja schade ich könnte theoretisch versuchen irgendwann wenn wir mal Zeit haben mit Rezepte von denen die auseinandernehmen Rezepte verlieren also nehm ich die mal einfach ne mhm ja du nimmst eine ein Gläschen da siehst du ein eingelegtes Auge drin hat wohl mal einem Adler gehört ach ein Adler von dem anderen äh sind mehrere Grashüpfer in Essig Marinade mhm waah interessant das äh sieht nach Goblinnahrung aus wie Grisselkrax aus dem Augen her kann man da auch Kakerlaken für benutzen? wir haben da hinten ganz viele gehabt ach diese Korbe unglaublich äh was ist denn das hier? ist da so ein Flopf einfach da so ein könnte man den mit dem Plan auch rausheben wo? achso hier steht's im Moment eine massiver stehlernder Würfel von 6 Meter Seitenlänge der den Weg dort nach Osten versperrt der Rost oder vielleicht auch der Rostschlick hat große Löcher in den Boden der Kiste gefressen groß genug um zu sehen dass er leer ist an der Oberseite befindet sich eine 1 Meter durchmessende Metallschlaufe die den Umgang mit dem Metallwürfel erleichtern soll hk er könne mit dem Kran angehoben werden oh nun wollten wir nicht dieser armen Kreatur dort hinten helfen die hatten doch glaube ich irgendwie ihre äh Schwester vermisst oder so etwas was oh wissen wir ihnen vor kurz 10 Minuten Zeit oh meine Drägen aber vergesst nicht wir sind immer noch verfolgt das wäre die Frage ich glaube es wäre sinnvoll diese 10 Minuten grad zu haben ich glaube wir haben sie nicht wofür braucht ihr 10 Minuten ich muss den Esel reparieren kann ich da eigentlich helfen beim Esel reparieren oder muss man dafür was besonderes können muss man eigentlich nicht reparieren musst du nicht wenn du helfen möchtest dann wenigstens ähm trained in dem Skill sein da bin ich ja ja dann geht ich kann auch helfen ich kann draufhauen wenn das was bringt du musst dann glaube ich die DC 20 dann machen um zu helfen war das nicht 15? ne 20 war es glaube ich so hoch ja der war richtig hoch zum helfen train ist irgendwie weiß ich nicht gefällt mir nicht jetzt wenn wir 10 Minuten Zeit haben dann würde ich die nutzen um mal eine Repair Action zu machen ja okay das war glaube ich 15 der SG für Level 1 ja dann schaffst du wenn du das 10 HP dir jetzt extra bekommst der Esel sehr gut kannst du dir eintragen Jan war nicht 20 war 15 help machen ja 15 tatsächlich okay das ist irgendwie Fallfehlerung wenn der help DC ja höher ist das eigene DC ja deswegen das weiß ich nicht mehr wie genau das war als ihr dann an dem Jeremiah rumschraubt seht ihr wie Gomok der Goblin zurückkommt ach Lulatsche ich habe euch schon angekündigt warum kommt ihr nicht Fürst Glas ist schon ganz außer sich ach komm mal her mein Freund ich würde nicht näher kommen dürfen wir uns duzen komm ich habe keine Nachnamen ja nun erzähl mir doch etwas über deinen Meister über deinen König oder Anführer aus ich helfe mich an weil sind nur noch fragmente dort drüben deutet da irgendwo über den nächsten hügel zu schaden war aber schönes feuerwerk ist das angeboren diese kahlheit es gibt auch affen goblins ganz vielen alten star ich verstehe ich nicht nur jetzt ignorieren was haben wir denn hier kommen wir und beschnüffel den corgi lulatsche sind zu großzügig wenn sie keine hunde mitbringen ich glaube den kann man nicht wirklich essen ist ein zier corgi zuschlagen er ist einblütig der ist mechanisch der wird nicht schmecken keine sorge er ist er ist nochmal hier nicht vergeudet sondern fair er ist dann nochmal wenn man alkohol quasi mit damit sie die steuer nicht bezahlen müssen er ist verunreinigt wenn ihr ihn fressen werdet ihr mutieren und gar nicht zugrunde gehen also das den heißen krisselkrax ist das wahr ich weiß nicht ich will ihn aber nicht fressen ich will eigentlich nur erledigen überall feind naja vielleicht lässt du besser hier stehen wenn du zum fürsten gehst du kannst ihn bei mir lassen sollten wir nicht auch noch hier diesen schwermetallblock weg bewegen damit die meister architekten wieder zurückkommen ja richtig das wollten wir aber der intelligenz guru hat lieber seinen esel verschraubt dann kommen wir noch gar nicht dazu gesagt dass wir seinen tippe hier befreit haben ja immerhin sie haben den stecker gezogen den stöpsel natürlich wenn sie den stahlblock umsetzen ich meine da ist hier eine frau war die technikerin naja vielleicht ist sie das auf jeden fall bald weiter das holen wir jetzt auf sag das nicht mehr ich hab nicht zehn minuten an dieser schrotthaufen rumgesprachsbad ja ich meine ich muss den dem metallklotz können wir dann auch noch mal vor den eingangs stellen dann brauchen wir noch länger das finde ich auch gut okay ja der kran wird abermals in bewegung gesetzt goma guckt voller ehrfurcht nach so ein meister hat ingenieuren mensch und unter dem salesblock stehen ist der kran platz verdichtet der kran platz verdichtet der wackelt auch leicht der wird durch pures glück und gedankenkraft zusammengehalten wir haben gestern getrunken darf ich überhaupt schon wieder schwere maschinen bedienen das ist doch egal hast du nicht klaus hast du bank überfallen ich weiß nicht was jetzt das größere über ist so dann knarzt es und der kran kommt einmal ins wackeln als er dann den block hoch hebt aber du kannst ihn dann tun ihn mal hierhin weil das die einzige möglichkeit ist mit dem makro lässt ihn hierhin plumpsen eigentlich hat man sie denn ja da hingestellt damit die knolle nicht durchkommen es gibt noch die zweite barriere das schiff es liegt auch da werdet ihr schon sehen wenn ihr gucken geht was ist jetzt mit eurer meister ingenieure ja ja ach so sie wollte aufbrechen um die knolle zu erledigen und dann haben wir sie nicht mehr gesehen und da niemand den kran bedienen konnte konnten wir auch nicht nachschauen aber wie hat sie denn selber sich dort eingesperrt das verstehe ich nicht sie hat allerlei gizmus und kleine zeugs an ihrem klettert und so und ist glaube ich darüber geklettert die hat eine werkstatt da hinten auch mit einer bibliothek äh was ah unfähig diese biblio was ich weiß nicht wer für den beiden unfähig ist was ist dieses bibliothek das glaubt das eine bibliothek haben oder die 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 nach er isso die die bin ich die da er Ehrwürdige Grisselkrax. Ein Rex. Ein Hund. Mit so einer ollen Fledermaus drauf. Und irgendeine Wundertüte. Tret ihn vor! Du lässt den Hund zurück? Kannst du denn überhaupt... Ja, hab ich mir Hunde vom Hund. Ja, sicher. Ihr seht dort einen Ring aus alten Kisten, der um ein improvisiertes Lagerfeuer steht. In einem eher diskreten Winkel des Schrottplatzes. Ihr seht eine komplizierte Gerätschaft aus Stangen, Zahnrädern und Antrieben, die einen Bratspieß bildet. Wo gerade da so ein Goblin vorsitzt und da mit den Füßen drauf tritt. Damit irgendein Kakerlakenfleisch gleichmäßig über dem Feuer gerostet wird. Ihr könnt den Geruch von dem geräucherten Fleisch sogar über den Müll riechen. So durchdringend riecht das. Und ihr seht einige zusammengeflickte Zelte und ein großer Pavillon. In dem Moment, als hätte er auf die Ankündigung gewartet, ein Goblin hervortritt. Mit einem Umhang, in dem er irgendwelche Glassplitter genäht hat. Ein Wischmob, der ihm als Bart dient. Und ein mechanischer Aufsatz, auf dem er eine Pfeife befestigt hat. Der kurz rattert. Und den er sich dann in den Mund führt und einmal genüsslich pafft. Er stellt sich dann hier auf eine Kiste, fällt beinahe runter, kriegt gerade noch so die Fassung und zupft sich dann seine Jacke zurecht. Geschätzte Lulatsche, wir heißen euch in der Schrottstadt willkommen und akzeptieren eure angebotene Hilfe. Wie versprochen, wenn ihr Gnolle verjagt, erhaltet ihr unseren besten Schrott. Kommen wir ins Geschäft, Lulatsche? Was verredet der gerade? Ja, auf jeden Fall, Schrott, wunderbar. Ja, Tü, ich will's denn sein, muss. Was für ein Schrott? War ja einfacher als gedacht. Was für ein Schrott? Bester Schrott, Griselkrax weiß um den Wert. Hier gibt's nur besten Müll. Ich seh nur Müll. Müll, Müll. Wertlos. Ist kalt bei Berührung. Feinstes Eisen, ja, ja. Ihr nehmt an? Ja, ich guck ihn aber so an. Oh, sagt, was ist das für eine Gerätschaft, die er da führt? Ah, mein Pfeifenhalter. Malt Puffin? Warum nicht? Sind einige feine Kräuter, die dort unter dem Schrotthaufen gewachsen sind, hier. Ach, du Kacke. Ja, ich huste nicht mal. Ja, ist in Ordnung. Ah, Lulatsch hat Geschmack. Obwohl gar nicht so großer Lulatsch. Eher klein. Richtig. Äh, Gomark hat euch schon erzählt über Gnolll? Ja. Ja, und wie viele? Keine Ahnung. Viele. Kommen aus Kanalisation, schleppen des Nachts Leute weg und schieben uns in die Schuhe. Wie viele wurden denn schon weggeschleppt? Nö, einer. Aber sie ist ja auch gerade erst angekommen. Ich schicke meine Augenbraue etwas hoch. Ich dachte, ich könnte vielleicht ein bisschen Seelen schnorren, dann eben nicht. Äh, schnurrt Seele von Gnoll, hä? Äh, ja, ja, natürlich. Ich dachte, wenn schon viele verschleppt sind, dann könnte man vielleicht... Ach, egal. Ähm, naja, Lulatsche kommen am besten hin, wenn sie nach Osten gehen. Um große Metallkiste und dann um Schiff herum. Äh, die Kiste ist schon weg. Tatsächlich. Aber, äh, wie möglich? Äh, dieser andere große Lulatsch dort ist ein großer, großer Technikruf. Äh, so klug wie Monzi? Wahrscheinlich klüger und größer. Ah, Monzi, sehr klug. Vorsicht. Was passiert denn, wenn wir Monzi finden? Können wir die mitnehmen? Äh, wir brauchen Monzi hier. Baut alles, was wir brauchen. Hat hier diesen Pfeifenaufsatz gebaut. Ah, zu schade. Nicht verhandelbar. Also ist sie nicht Teil des Deals. Nein, nein. Was ist denn mit euren anderen Untertanen? Könnt ihr mir einen davon ausborgen? Äh, wofür? Ja, anatomische... Versuche. Und ich dachte, eigentlich müssen wir kranken. Krüsselkrax lädt seine Knie. Ja, das ist auch nicht so richtig. Wäre es dafür, den rauszulassen, wenn wir uns aus der Gruppe rauszuschmeißen? Ist auch nicht so richtig. Der ist mir unheimlich. Der redet nur von Seelen und... Ich schreibe mir so eine Notiz in mein Buch. Krüsselkrax betrunken. Ich denke, Krüsselkrax nehmen wir so die Knarrelladen. Ich mache mal so einen Schritt zurück, damit die Schussbahn frei ist. Ich schreibe mir so, wie gesagt, in mein kleines Büchchen so eine Notiz. Krüsselkrax betrunken. Ich war noch nie auf der Seite von Goblins. Nein, Spaß. Wenn du nicht dabei wärst, Krüsselkrax, ich Lulatschi in Frage stellen würde. Komischer, bleicher Mann. Ja, den einen oder anderen stelle ich ja auch in Frage. Was soll das heißen? Ich rede nicht von dir. Sehr gut. Noch nicht. Niemand versteht mich. Welches? Oh, Krüsselkrax. Übrigens möchte noch großes Beileid aussprechen. Für Freien. Tut mir leid. War ein guter Freund von uns. Wir kamen noch nie dazu. Ja, ich vermisse ihn auch sehr, ja. Na ja, eigentlich Goblins sind ja nicht sehr dick mit Zwergen. Gehen sich eher an die Kehle, aber er hat ein Auge für Schrott. Großes Ansehen hier gehabt. Wie kein anderer. Gut. Ich will euch nicht länger aufhalten, Lulatschi. Wichtige Missionen zu erfüllen. Kommt wieder für wertvollen Klunker, wenn ihr die Gnolle erledigt habt. Das bezweifle ich. Und dann wäre ich... Ich möchte nur mal anmerken, ich bin kein Lulatsch. Einverstanden. Du bist ja Lulatsch. Du hast ja den kleinen Hund hier zurückgelassen. Als sie wieder zurückkommen, siehst du mich gerade den Hund kraulen. Der beißt dich. Das glaube ich nicht. Ich habe sehr gute Tierkenntnisse. Du hast den Gestank des Untodes an dir. Ja, eigentlich an dich. Außer es ist der gute, trainierte Hund, der weiß Bescheid, ob er nicht von Treppen angepackt werden soll. Ich habe ihm da keine Wurst gegeben. So, ihr könnt mal eure Exploration Activities mal durchgeben. Gibt es aber eigentlich noch andere jetzt. Brauchen wir jetzt schon Sensitive Action? Ich glaube nicht, ne? Ich würde dann mal... Was kann ich denn gut? Kann eigentlich einer von uns Detect Magic machen? Äh, nein. Wir haben eine sehr ausgeglichene Gruppe, haben wir noch gemerkt. Ich kann nur Soul Harvester. Ich kann was viel besseres. Aber das habt ihr noch nicht gesehen. Weil das schlecht für mich ist. Ein bisschen Investigation. Ist das einfach nur Perception, glaube ich, ne? Perception. Aber schlecht. Grisel Krax ist am Schleichen. Yep. Bist du Experte da drin? Ich glaube nicht, ne? Kann es doch gar nicht sein, oder? Ja. Äh, ich glaube, ich bin trainiert. Das kann mir noch kein Ding tun. Ja, trainiert. Da muss ich mir selbst... Da ich es nicht gut drin entsuche, fällt mir so auf. Oh je, jetzt sag mal, ich lösche einmal eins. Äh, warten die gerade. Oh, ich würde Gather Information einfach so nehmen. Falls wir irgendwelchen sehen, würde ich denn mit Diplomatie versuchen, uns irgendwie Informationen abzuluxen. Okay. Ja, musst du noch mal drücken. Ja, muss ich noch mal drücken. Mit dem Effekt auf die anderen. Ergstatt. Ah. Also quasi noch mal, äh... Noch mal aktivieren. Habt ihr euch bemerkt, wie dieses Wesen hieß? Ich nicht. Ja, wartet doch mal auf ihn. Sonst steht er gleich, wenn irgendwas hier losgeht, ganz hinten. Ach, ist für mich fein, hör mal. Ich dachte, alle wären da. Entschuldigung, hab ihn gar nicht gesehen, dass er am Arsch der Welt steht. Oh ja, ich hab aufgeholt. Bitte schön. So, der Scout geht natürlich nämlich auch vor. In der südwestlichen Ecke dieses Bereiches stehen mehrere Werkbänke aus gestapelten Kisten und Metallblechen und bilden eine improvisierte Werkstatt. Jeder Tisch ist mit Werkzeugen, Schrauben, Maschinenteilen, alchemistischen Flaschen und diversen Projekten in verschiedenen Konstruktionsschritten übersieht. Ein Weg führt durch den Schrott nach Norden und ein anderer nach Westen, wo ihr gerade herkommt. Wollt ihr euch das ansehen da unten? Ja, sicher. Ich hab dir irgendwas gelassen, was man gebrauchen kann. Gut, füllt mal Initiative mit euren jeweiligen Sachen. Ich hab mal schon meine 10. Ja, deswegen sag ich ja. Was, Initiative? Ich hilf einfach mal rein. Oh nein. Gib mir mal eine 10, bitte. Ach du Scheiße. Deine 10. Die kann ich mir an die Augen ändern. Das ist natürlich bitter, ne? Ja, richtig. Griselkrax mit seinem Stealth dann. Was haben wir da? Ich bin auch gestelst. Mich sieht keiner. Oh. Nee, passt nicht. Jetzt ist Josef wieder nicht da. Josef. Ah, ich wolle da immer so rein. Der ist wieder auf dem Klo oder sowas. Was hat der gemacht? Hat der irgendwelche Gerda-Information? Kann ja mit Gerda-Information in die Zertifel. Hat den Latin schnommen. Was? Ah. Naja, wir flammen mal so rein. Plötzlich merkt er, dass irgendetwas faul ist und in dem Moment seht ihr, dass auf einem der Tisch, das, was ihr vorher für Werkzeug gehalten habt, aufspringt und sich wie ein kleiner mechanischer Hund schüttelt und ein Befehl loslässt. Eindringlinge, Befehl. Tötet alle! Äh, Passwort 1, 2, 3. Oh, ist ja süß. Müssen wir das hauen? Putzig, putzig. Passwort Schrott. Nase, wie geil ist das denn? Das ist mir den Bein. Jetzt, wir machen das hier, die, äh, den Schottplatz, äh, Stadtmusikanten. Wir packen ja von der Esel drauf. Der knallte ich erstmal ab, Stardust. Oha. Direkt gefällt, ey, der kleine Vieh. Dead. Gnade. Der, äh, der scannt dich erstmal. Und krieg ich dann ein Bonus auf seinen Schuss mit dem Crossbow. Der natürlich geladen ist. Die sind hier vorbereitet. So, plus 1. Ist hoffentlich da drin. Oh. Uiuiui, ach, Schaden. Frrrr. Plus 11. Der Deadly D4, ey. Damit ist der, äh, Kollege aber durch. Und Grisselkrax ist dran. Interessantes Wesen. Nein, es hat keine Seele. Hm, da hab ich auch nicht angenommen. Aber Grisselkrax ist gar nicht mehr im Shit, seh ich gerade. Ja, schade. Hat er sich wohl auch wieder verabschiedet. Ich vermute mal, ich vermute mal, er schießt da drauf. Ja, vergiss aber nicht, der hat jetzt mit Stealth reingerollt, das heißt, der macht eine 6. Das ist ja egal, dass er hinter ihm. Oh, stimmt da. Da verzieht er, derbe. Und dann macht er hier seinen Cavalry-Load vermutlich. Klick, klick, macht nochmal den Stealth-Wurf gegen ihn. Ich find geil, dass der Ricochet schießt, weil er nicht mehr die Richtung zieht. Oh, schafft er nicht. Tja, aber dann schießt er halt nochmal. Spielt man den Eimer und nichts trifft. Josef! Hat der Cover? Was machen wir? Geht der mal oben durch, ne? Ich glaube. Ja, hier ist genug Schrott, wo er sich verstecken kann. Das ist es. Ich rieche jetzt auf den Boden. Oh, ich geh jetzt hier hin. Und dann werde ich ihn mit einem gekonnten Spray of Stars in die ewigen Jagdgründe. Spray of Stars? Ich krieg erstmal Curse of the Sky-Scall. Krieg ich erstmal. Zack! Und dann darf er... Du fängst jetzt an zu fliegen, oder was? Ja, halb. Erstmal kriegt er 1d4 Damage und ist... Warte mal, der hat's verkackt, ne? Drei Runden Dazed kriegt er jetzt. Dazzled, Entschuldigung. Fehler, Fehler, Fehler. Oh, ist das schön. Wer dem Einklang des Kosmos ist zerstört. Dann bin ich weg. Dann erwacht ein weiteres Exemplar hier. Oh, klar. Dring erstmal den Esel aus seinem Feld. Oh, Gott. Du warst ja schon groß. Achso, ne, eigentlich hast du den... Ja, du hast den eigentlich gesehen. Fällt mir gerade auf. Ja, und wenn er im gleichen Feld ist, muss er doch... Ja, ne, ja... Ne, du hast ihn nicht gesehen. Du hast ja nicht aktiv gesearcht nach ihm. Ich hab ja nur deinen Passivperception vorhin genommen. Wenn der aber im selben Ding steht, müssen auch beide würfeln und einer fällt hin, ne? War das nicht so? Ja, ich glaub nicht, dass der Esel auf der Werkbank jetzt hier stand, ne? Das ist ja eigentlich ein Tisch. Oh, klar. Warum stehe ich dann vorne? Oh, nein. Ne, das frag ich mich auch. Zauberwirker erkannt. Eliminieren. Du wirst gescannt und auch auf dich wird ein Bogen geschossen. Bolzen geschossen. Ich krieg auch noch ein... Trifft aber nicht. Ei, ei, ei. Fehler, Fehler. Klong, rexen. Und da schießt er, ne? Hier war Rage unlimitiert, ne? Wie war das bei... Sehr schön. Das heißt, ich muss keinen Fick drauf geben. Freut mich. Wie ist es? Ach ja, ich bin hier noch mal auf falschen Dingen, sondern deswegen. Da is it. Ihr wolltet den Metallcube unten in den Weg stellen, ne? Ja. Deswegen kann ich euch ja doch bewegen. Alter. Okay, ich weiß jetzt, warum es doppelt und dreifach gecastet hat, eben. Ja, es leckt wieder alles, danke. Hast du nämlich gerade. Ja. Einmal drücken reicht, das dauert ein bisschen. Naja, nee. Ich drück theoretisch einmal, aber die Maus aus irgendeinem Grund macht es daraus dreimal. Keine Ahnung. Muss ich gleich meinen... Um den Dingsen hier. Äh. Versuch. Idle-Game-Modus. Gehen wir mal auf Kuschel-Kurs. Und... Down-Doof. Ich... ich sehe meinen eigenen wurf nicht ich fürchte du musst auf der mensch also bei mir ist der wurf einfach nicht im chat die anderen sehen aber gute 19 gute 20 der mensch auf den josef ist es halt wirklich nicht keine ahnung du hast damit den kleinen mechanischen hund von der werkbank der zersplitterte mehrere einzelteile gefällt mir das metall besser fange ich übrigens an etwas zu schweben um mich herum kommt ein fast schon ein kanadier besturm nämlich nach oben zieht meine augen leuchten die sterne und meine haare die wahrscheinlich nur unter dem unter der kutte habe fliegen so etwas links und rechts aus der kutte raus beziehungsweise aus dem aus der hut quasi auch als aktion oder den anfang und von ist eine aktion kannst du auch dreimal ich muss aber im sinne von ich kann jetzt noch mal nicht weil ich habe eine action sehr schön aber du hast gerage ist keine action der kann ich meine auf eine du bist gemacht hast gerage das angegriffen ach stimmt ja okay doch das war doch richtig okay dann passt dann erwacht der letzte kleine hund hier unten auf der werkbank und er nimmt die olle fledermaus ins visiert noch er gegen ihn aufgarten ist der maus ist tot er soll wird wieder analysiert da der haken und dann feuer frei der gewürfel 21 die sind schon ein bisschen eingerostet die kollegen jetzt bist du dran glück die haben keine gelegenheit sein wir haben die bankroboter nicht angegriffen die hatten welche ich habe vergessen zu wieder und erst mal nachladen und dann den oberen pif baff trifft ich zeig euch wie es geht aber so kriegt man king gedeon du bemerkst hinter dir eine der kisten am boden rappelt er wird erst mal wieder suchen sich selbst und den esel ein bisschen stärker zu machen und sich zu überschreiben so das protokoll aber sucht die wichtigen betanteile am leben zu lassen oh nein ich hoffe er explodiert nicht er geht nur da hin und dann bleibt er auch einmal mit den oberen an da wird einmal ausgetreten weil es kracht und das ding landet hier verschrottet im nächsten haufen da war es nur noch einer oder zwei mit der letzten aktion geht ihm das schild hoch was in den kisten der gerüselkrax ist auch wieder da eine sache nach der anderen du musst das noch mal nachladen weil ich gerade zweimal geschossen habe in deinem zug das ist aber kein krit ich habe jetzt erst in cover drei aber ich war werden eigentlich noch zwei männer ist aber kein krit sieben schaden und dann mache ich noch mal den kraft reload wirst erkannt von dem kleinen mechanischen und diesmal soja luftballon sie sind dran ich habe geguckt na also ich glaube in den moderate kurs kann ich jetzt schon bekommen oder major nicht der ist auf level 11 gelockt ich flatter wie ein luftballon im winde und dann gibt es jetzt erstmal noch einen schönen void warp und dann gibt es einen lebens entsaugenden schaden fehler fehler doch nicht die protokolle sitzen ein habe ich noch eine aktion übrig gibt es natürlich hier den glas schildzauber wo ich immer noch nicht rausziehen kann aber ich darf gar nicht machen das war ein tippen wir mit steuerung leertaste da gibt es den effekt okay dann rex tausch den zauber immer aus das stimmt ja jemand nicht das trifft leider nicht den händler jetzt sehe ich immerhin mein wurf schön aber ich dürfte jetzt noch mal immerhin ja ja in deiner blinden wut räumst du den tisch ab aber alles was noch draufsteht ist der hunter dieses werkzeug verdammt es lenkt ab und da ist der kleine hunter dran der lädt erstmal nach der lädt nicht nach zeiung der geht in den nahkampf der analysiert dich rex und dann stößt er mit seinen beinen aus kristen sei mal gegen die brust taubel ist ein bisschen zurück und dann sitzt da noch mal nach aber verfehlt ich starrust ich ziehe aus meinem bandolier erstmal was schönes und trinke kleinen trank ich habe den zauber jetzt mal editiert hier an den sotter hat das drinnen das war zwei aktion habe ich nach klein jetzt zur runde ich habe schon mal nach dann ist bitte jahre meyer und gideon würde erstmal versuchen mit hilfe augen des handwerkers die konstruktion zu gut achten ob sie vielleicht irgendwelche schwächsten hat ja das sind ziemlich amateur mäßig zusammengeschusterte clockwork hunter und du weißt dass die wie alle clockwork hunter gegen elektrizität und gegen oricalkum metall schwach sind der tisch umgestoßen also also eigentlich nicht wirklich für platz und irgendwas hat ausgedrauffah ich habe 5 grad nach links und dann machst du es noch mal ja rex wenn du das andere links was soll das hat man dann in der kontrolle von mir aus oder von ihnen aus von mir aus oder von ihnen aus ich habe plus 9 auf level 1 ja es ist das gleiche wie fighter ja dann mache ich noch mal mein covered reload ja also weiterhin ja 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 ich will noch mal drankommen josef von luftballon Ich flatter jetzt hier hin und bin in den Nahkampf, das heißt, ich kann ihn mit... Leust du noch, oder fliegst du schon? Ja, ich flatter eher so, ich nehme mal mein Ritualdolch... Ich stell mir gerade so vor wie so ein Weltraum, muss halt die Uhr abstoßen, muss immer am Tisch jetzt gerade... Flieg, los geht! Und du fliegst jetzt hier durch bis hier hin und kleidst gegen das Fass. Ja, passt schon, passt schon. Haltet mich fest! Gucken wir mal den Wetterbericht von Algenstar. Ob heute Stürme möglich sind. Und das Wichtigste, was er hat, durchzuschneiden, was er da noch hat. Du befindest die Spritzzufuhr und den Schlauch, der durchtrennt... Was ist das denn? Ich bin halt in viel Welt! Die Erkrank, wie das ein... Increased, hab ich noch nicht gesehen ey. Increased von null to im Minimum of one. Das heißt, anscheinend der Stern. Alter, was? Was? So... Ey, ich bin halt... Maximal dem Schiff gerade zwei. Ich nehme zurück, du versuchst die Leitung zu durchtrennen, aber kannst du... Aber warte mal, ich hab mal ne Aktion übrig, Entschuldigung, ich hab mal ne Aktion übrig. Meine Aktion wird sein, ich kaste... Nein, vielleicht kritest du ja, dann schaffst du vielleicht viel Schaden, wenn alles gut war. Ähm, ich caste natürlich nochmal Glasschild auf mich. Er kann genauso gut kriten, wie er... Also nichts für ungern... Hast du nicht alles gezaubern? Aber so nutzt man keinen Dolch! Das sah ja echt... Ungesunder aus. Ist egal, ist egal. Jetzt kann ich immer zaubern. Du kannst doch beliebig oft zaubern. Nur wenn ich Schildblock benutze, dann darf ich das nicht mehr. Das hält länger... Eine Runde. Das ist quasi genau wie Erased Shield, aber halt nicht benutzt, ne? So Rex, der Tisch ist umgestürzt, nichts mehr ist drauf, es steht nur noch der Clockwork Hunter vor dir auf dem Boden. Ne, ihr braucht halt kein Hand, ne? Und es deckt mit dem Schild. Ist man fertig, komm schon! Aber immer noch findet er eine Ausflucht. Er flitzt einfach um ne Kiste herum. Du zerteilst sie. Er macht dich schussbereit, aufpassen! Ey, wenn der nochmal wirklich drankommt. Ja, natürlich kommt der dran. Na, ich hör's klatschen. Jawohl. Der macht doch keinen Schaden, wenn er ne 1 würfelt. Wer macht keinen Schaden? Wenn er ne 1 würfelt, nicht. Dann macht er elf Schaden. Bumm. Der ist ja überhaupt kein Schaden. Die aufgestaute Wut wird freigesetzt. Kommt das Henkers Bein! Und es stehen aus einem Hundwerten zwei Hälften. Pfff! Und der Kampf ist vorbei. Magnifika! So gefällt mir der Metallkloppen besser. Lebendlos am Boden. In dem schaut man nach, was da überhaupt raschelt eben. Ja, da steht ne dicke Metallkiste verkehrt herum, sodass die Öffnung unten auf dem Boden ist. Du siehst auch, die wird vorsichtig gerade angehoben. Das ist die Goblinfrau. Siehst du, grüne Finger, die dort herunter hervorlugen. Ja. Kannst du mal die Kiste da oben drehen? Na klar. Ich mach meinen Ritualdolch. Ich würde die Kiste hochheben einfach. Okay. Lass dein Esel in der Karton wegtreten. Hervorkommt eine kleine Goblinin mit einem Bandana und einer großen Brille. Einem Hasen-Tattoo, die vor euch erstmal zurückschreckt, als die Kiste einfach hochgerissen wird. Oh, keine Angst. Ich bin's. Grisselkrax. Grisselkrax. Du mieser Lump. Du hast mir meinen Ausbildungsplatz weggeschnappt. Ich war besser. Dafür kann ich doch nix. Ich hab sie dein Leben gerettet. Auch wieder wahr. Danke, dass ihr die mechanischen Hunde ausgeschaltet habt. Ich wollte sie eigentlich gegen die Gnolle einsetzen, aber ich hab bei der Programmierung ein bisschen Mist gebaut. Ja, und deshalb hatte ich den Ausbildungsplatz. Äh. 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 Ich bin übrigens Mordensief. Grisselkrax kennt mich ja schon. Ich bin Josef. Ja. Als ich da drüber schwebe. Ja. Ein Gespenz. Ich bin Rex. Ich will dich runterholen. Freut mich, freut mich. Warum habt ihr einen Gespenz bei euch? Ich bin Stardust Hollyhock. Ich bin kein Gespenz. Nicht vergessen. Das ist Nudel. Ach, der ist vom Haus aus so bleich im Gesicht. Dich mochte ich schon immer, mein Freund. Geh weg. Was bist du denn für ein Hübscher? Ich musste mich drei Tage lang von eingelegten Kakerlaken ernähren, weil ich nicht hinter der Kiste hervorkommen konnte. Sonst hätten mich die Hunde erschossen. Lass deiner Goblin-Dame doch etwas Hunger. Und dieser Korki. Ja, ey, warte. Ja, ich, 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 ich gebe was zu essen. Nimm das lieber. Oh, ja, danke. Reißt sie aus den Händen und schlingt sie in einem runter. Oh, danke. Dein Korki wird einen weiteren Tag leben. Er wird auch noch länger leben. Er hat euch Fürst Glas geschickt. Wer? Ja. Was ist denn mit dem? Warum flattert der da rum? Na, der Kost muss, er ist so nah. Der stimmt, der stimmt immer ganz der Weg. Der redet über Seelen, weil Leute aufschneiden. Denkt er an zu fliegen, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Oh. So, Em, lauft hier rum. Aber der ist nicht aus dem, aus dem Schiff dort drüben gekommen, oder? Oh, doch. Oh. 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 Oh, oh. Bayer erst mal festbinden, damit er nicht abhaut. Oh, das ist ja... Wie hoch kannst du eigentlich gerade fliegen? Ähm... Ja, so ein paar Millimeter. Ich schweb einfach gerade nur. Ich dachte schon, wir können dich an dem Jerry Bayer festbinden, so als aus Ausguckstrahl. Ja, das kommt gleich. Als Frühwarnung. Das kommt, wenn ich noch mal zauber. Äh, Monsi testet unterdessen einmal Jerry Bayer. Oh, hervorragend gebaut. Glückwunsch. Feinst hier. Und er wird sich niemals gegen mich wenden, hoffe ich. Naja, ich hab den Befehl eingegeben, äh, tötet alles. Dass ich auch damit dann gemeint war, ist mir dann zu spät eingefallen. Niemals gegen euch wenden. Ich hab von immer einen Notfallschalter ein. Niemals gegen euch wenden. Gerade eben hat er fast mich gehauen. Also, ich bin mit euch. Wer hat schon mehr getroffen als die Hunde. Tja, Griselkrax, da kannst du wohl von deinem Freund Gedeon hier noch was lernen. Aber lasst mich euch danken, Freunde. Äh, wo ist denn mein ganzes Zeugs? Oh, nein. Ist ja alles in den Dreck gefallen. Ähm. Also. Ich kann euch meine ganzen Eigentümer schenken. Meine ganzen Werkzeuge. Für meine Lebensretter. Ist das auch was wert? Oh, Repair Kit. Und dann kann ich euch noch Sachen bauen. Und dann, ach nee, geht ja gar nicht, wenn ich euch die Sachen schenke. Also, wenn ihr mir die da lasst, kann ich euch stattdessen auch Sachen bauen. Ich schweb da so rum. Oh, ein Kompass. Alter, ist wohl ein bisschen kaputt gegangen, als er vom Tisch gefallen ist. Der Riss war vorher noch nicht drin. Kein Problem. Also, ich, äh, das waren diese Viecher. Ich, ich, glaub. Wirklich. Ja, ich, ich glaub's euch. Ich hab zwar irgendeinen Ohrgrunzen gehauen und irgendwas wurde mit einer Axt klein gehauen. Der Einzige mit der Axt bist du, aber ja, ja. Also. Ich will das nicht beschweren. Möglicherweise. Vielleicht hab ich einmal naja, daneben gehauen. Wer weiß. Ich bin nicht nachtragend. Sehr gut. Zum Glück seid ihr nicht wegtragend. Oh, Alter. Sagt, ihr könnt nicht zufälligerweise Frost entfernen. Ist mein Amor-Kit noch da? Ja, doch, kann ich. Klingt gut. Ja, leg die Axt einfach da mal auf den Amboss. Ich leg sie ungern aus der Hand, aber nun gut. Ja, mag ich. Können wir den Amboss? Meine Güte, wie, wie kannst du das überhaupt schwingen? Das ist ja riesig. Sie haben einen Amboss. Langes Training. Sie holt dann eine Flex und so einen Schweißbrenner hervor. Der wägt so ab, was sie nehmen soll. Und entscheidet sich dann mit dem Schweißbrenner. Fängt an, den Rost zu bearbeiten. Du schaust besser weg, währenddessen. Oh, das ist interessant. Dann macht sie mal eben die Entcrafting-Burse. Sehr gut. Da könnt ihr einfach Schmiegelpapier nehmen. Oh, gerade so. So wie neu. Es sind zwar ein paar Schmauchspuren jetzt am Griff, aber die erhältst du ja eh mit deinen Händen fest. Ja, sicher. Geht schon. Danke. Ich glaube, die hat sich vor Hits verzogen, die Axt. Die ist mir nicht weggebrochen. Die ist gespoilt einfach nur. Musst du nicht peinlich sein? So, was ist denn noch da? Okay, ich habe mir mein Alchemisten-Tool. Ja, habe ich schon. Bleiben wir zehn Minuten hier. Wie lange hat die Gebrauch dafür? Zehn Minuten. Okay, dann würde ich einmal noch versuchen, mir den Fokuspunkt wieder zu holen mit Meditieren. Ich brabbel da einfach nur. Ich versuche, den Esel nochmal zu reparieren. Ich war ja klar, Grisselkrax greift wieder in meine Kiste und kennt keine Gnade. Beraubt mich meiner Gegenstände. Öh. Alles, was brennt, macht Spaß. Wofür ist denn das, kennt ihr? Zum Fallenbauen. Ah. Oh, wenn ihr mich da lasst, kann ich euch eine Falle damit bauen. Was soll ich mich noch umgehen können damit auch noch? Oh, welche Fallen könnt ihr denn, oh kleines Wesen? Und dann was? Ähm, ich kann kleine Stachelsterne, die man dann auf den Boden wirft oder die dann so ausgelöst werden und auf den Boden springen. Oh, nutzlos. Ich bin genauso raus für so ein Stachelding, ne? So ein Kalltropf. Damit habe ich schon die ein oder andere Kakerlake gefangen und eingelegt, dann verzehrt. Äh, ich pack dir irgendwo noch eine Tränke rein. Eingelegt schmecken sie auch. Wozu braucht ihr eine Crowbar? Wer, ich? Ja. Äh, um hier Sachen auseinander zu hebeln. Hier, schau dir das olle Fass an. Springt der Fassring ab, als er die Crowbar ansitzt. Er schlägt bei einer Rex und verschwindet dann hinten irgendwo im Müllberg. Das ist sehr nützlich. Damit kann man auch Nägel ziehen, wie so ein Zimmermatzer machen. Oh nein, mein Großer, tut mir leid, ey. War nicht absichtlich. Ach, alles gut. Und Türen stellen damit auch kein Hindernis mehr da. Damit habe ich zum Beispiel die Platten bei dem alten Kran rausgehebelt, um zu gucken, wie das da drin aussieht. Dann ist mir ein bisschen Öl da reingelaufen, aber hat es, glaube ich, nur besser gemacht. Oder war es Gurkensaft? Ah, ich weiß es nicht mehr. Kein Wunder, dass alles hier schiefläuft. Okay, dann, wenn ihr mir den Rest da lasst, dann baue ich euch jetzt ein paar schöne Sachen. Guckt euch aus, nehmt euch ein paar Snacks. Oder was immer das ist. Ah, ich habe ganz viel tolles Zeug. Wartet. Ich will aber keine Kakerlaken. Ich habe eine Frosch-Schenkel. Oh, die nehme ich. Ich liebe Frosch-Schenkel. Äh, Chris, kann ich mal mein Gift wiederhaben? Ich könnte es jetzt gebrauchen. Pum, pum, pum. Sie werkelt dann ungefähr eine Viertel, Dreiviertelstunde. Jetzt, was war das? Hier würde ich ja dann mal über die Schulter schauen. Aha, vielen Dank. Kannst du auch die Sachen lernen, wenn du willst. Ach, Scheiße. Ja, das gönnt euch mal. Ich würde zwei meiner Kugel in Gift eintunken. Okay. Für den Kampf, der bald kommt. Wie du willst. Ja, sie baut unter anderem irgendeine Rüstungsausbesserung, die man so über seine Rüstung pappen kann, über Schilde. Äh, so ein Knaller. Sieht aus wie so, äh... Schienaböller. Ja, wie so Schienaböller. In Kette geschaltet. Da hat es ein bisschen Schmiere für die Rüstung, um die zum Glänzen zu bringen. Eine der berühmten Stachelfallen. Stachelfallen. Ganz tolle Sachen. Wie heißen die kleinen Dinger? Knallerbsen? Äh, Knallfrische. So, ich gebe es sonst. Macht ja nichts. Komm, übrigens. Ich habe gerade übrigens gelesen, das geht auch nicht weg, ne? Mein komischer Schwebezustand. Nie wieder. Das bleibt jetzt so. Und wenn ich noch mal kaste, fühle ich mich mehr. Das ist belastend. Das ist echt belastend. Auch bei einer Long Rest geht er nicht mehr weg. Ja, schon. Aber sobald ich dann wieder kaste, bin ich wieder drin. Ja, das weiß ich. Aber bis zum nächsten Long Rest geht es auf jeden Fall nicht weg. Nicht unter Minor. Bleib zum Wunsch. Während ich da genüsslich die Froschhenkel verspeise, hört ihr deine dunkle Messe abgehalten. Aber nicht in dieser Sprache. Okay, ja, ihr könnt euch hier beim Schatz bedienen, wenn ihr wollt. Ja, ich gucke gerade schon. Aber nichts Interessantes für mich. Sondern in altägyptisch. Kann mein Hund was tragen? Ach, warte, hier gibt es ja noch Full-Cover-Art von Monsi, wie sie in der Nase popelt. Alter, Alter, Alter. Das hätte man sich auch sparen können, glaube ich. Also finde ich das andere ab, Schöner. Die ist Amerikanerin, das sehe ich doch, die hat Sterne. Die ist ja eigentlich aus Starfinder, deswegen sieht man da auch irgendwelche Autos im Hintergrund. Aber weil die im Buch keine Art hat, haben die das halt für das Foundry-VTT-Modul einfach dann übernommen. Ja, nice. Weil die so gut reinpasst. Konnten familiäre Sachen tragen. Ich glaube nicht, ne? Nee, familiäre glaube ich nicht. Nee. Dann bin ich überladen schon. Woll ich dir was abnehmen? Jede von meinen Scheißgranaten hat einen Bulk von 1. Nee, doch nicht. Ja, der Ork hat nur den nimmervollen Beutel, ne? Ja, Tän. Aber ich muss beim Raten selber. Tja. Oh, Explosion. Für dein Toolkit oder sowas. Ja, dann hier, Ork, nimm mal kurz diese Portion hier. Die braucht keiner gerade. Was braucht es, um die Rezepte von den Sachen zu nehmen? Muss ich irgendwas drücken, oder habe ich die jetzt automatisch? Du hast eine gute Frage, wie man lernt. Eine Stunde, wenn du die Formel kriegst, für eine Stunde, glaube ich, angucken oder so hat. Und dann Craftingwurf. Ich hätte es mal irgendwann rausgesucht, Mark. Ich glaube, das ist, glaube ich, irgendwo oben gespeichert bei mir. Muss man nur suchen. Das war aber fünf oder sechs Seiten verteilt, die ganze Information. Ja, wir gucken aber bis zum nächsten Mal. Hast du jetzt eh keine Zeit, das zu craften. Nö, das stimmt. Okay, dann müsstet ihr aber jetzt hier eine Stunde rumsitzen. Schläft das Gesetz so lange, wer weiß. Also, ich glaube, ich gebe mal im Lager wieder Bescheid, dass ich noch lebe. Wenn ihr nichts mehr braucht. Ich denke nicht. Ich denke, wir sollten auch weiterziehen. Ja. Dann nochmal vielen Dank. Sie schüttelt dann eure Hände. Alle bis auf die von Griselkrax. Halt rein! Ja, endlich ist er weg. Ja, man sieht sich Griselkrax. Hoffentlich in der Hölle oder so. Mach's gut. Jungs, ich sag's euch, die steht auf mich. Oh, ich hätte da ein Liebesritual, falls ihr wollt. Du bleibst weg, alter, knausriger, weirder Mann. Niemand kann meine Hilfe zu schätzen wissen. Niemand will deine Hilfe. Na, wartet ab, kleiner Mann. Warum schwitzt ihr eigentlich so auf den dicken Nacken eures Korgis? Ich schwitze doch gar nicht. Ihr seid völlig überladen, das sieht man doch direkt. Also, Griselkrax, bei uns werden ja so Paarungsnaturale durch einen Zweikampf ausgetragen. Vielleicht solltet ihr da, äh, äh, Können beweisen. Ja, ich glaube, ich schieße einmal und der Schädel platzt. Okay. Ich weiß, ich wollte es jetzt mit dir messen, oder? Um sie. Nein, nein, nein. Also, schießen solltet ihr nicht, äh, so Zweikampf im Sinne von Ringen. Also, Fäuste. Oh, das hat man nicht nicht gut drin. Ach ja. Alter, was sind das für krasse Hero-Punkt-Karten. Okay. Josef, hat sich das mit deinem Zustand verschlimmert? Ja. Hero-Punkt-Karten hat auch ganz vergessen, Alter. Soll ich mich irgendwann noch essen, oder? Ich hab die ganz vergessen. Nötig. Der wird noch merkwürdiger. Oh, der Kosmos ruft nach mir. Oh. Na dann, äh, jagen wir jetzt die Viecher. Oh, natürlich. Lasst mich in eurer Nähe bleiben, größe Krax. Ich kann euch in die Schatten hüllen. Oh. Ja, klar. Und ich stupse ihn so mit meiner Pistole an. Also, ich werde dann aber weggeschubst. Also, nichts für unruhig, Gleichgesicht. Aber habt ihr heute gut gegessen? Tatsächlich schon, ja. Was passiert jetzt eigentlich, wenn du furzt? Ich, äh, nimm kurz hier meine Hand an das, äh, glatte, rasierte Kinn. Ähm, eine gute Frage. Äh, äh, eine, die ich gerade nicht beantworten kann. Aber vielleicht, nachdem diese, äh, nun, ähm, Krötenschenkel verdaut wurden. Äh. Ich glaub, das hilft nicht. Dash-Funkt, äh, Dash-Action als Reaction. Ja, das ist ja auch schon. Alter, soll nicht. Der Angstschiff. Okay, ich kann krass buffen. Sollen wir das jetzt schon machen, ey? Ich bin mir da nicht sicher, ey? Ich weiß nicht, der Fall fällt. Im allerweiten Minute, ne? Der Fall hat alles so eine Minute. Also, jetzt will ich es eh nicht machen, aber ich frag mich halt, ob ich es gleich in dem Kampf schon machen soll, ey? Also, wenn ich das mache, dann ist grisselkrax, glaub ich, der King und Juwan schottet alles mit irgendwie über 30 Schaden, aber hey. Was auch jetzt schon? Ja, aber, äh, dann kontinuier ich ohne Crit. Weil es halt eine Waffe zu einer plus-eins-Striking-Waffe wird. Oh, was war das? Eine dicke Fauchschabe verschwindet im Unterholz. Oh, ich schweb mal schnell wieder hin. Ich glaube, wir sollten auch langsam weiter, meint ihr nicht? Sonst holen wir uns doch auf. Ich glaube, wir werden uns gut verstehen, Jeremiah. Und ich halte mich an seinen Ohren fest. Ja, dann, wenn gleich der Kampf losgeht, ne? Geht er die auch noch für 10 Minuten oder so? Also, ihr habt mal gehört, da liegt noch ein Schiff zwischen euch und den Gnollen. Was geht da noch? Geht da euch ne Stunde, das Ding. Ein Schiff? Ja, also das, was ihr hier oben schon seht, ist ein riesiges Luftschiff, was da so anscheinend quer über den Schrottplatz liegt. Will einer die Sachen da mitnehmen? Ich trage leider keine Rüstung. Äh, oder was ist denn noch? Oh, guck mal, ich hab was getrunken. Ich bin wieder in leichten Zustand. Ich trage halt auch keine, ach doch, ich trage Rüstung, aber keine, die mir wahrscheinlich... Geh mal alles mit. Besser als liegen lassen. Komm, ich hier auch warte mit, das kann ich nicht mehr tragen. Ja, warte, ich nehme den Rest mit, Moment. Moment. Dann schiebe ich mir den Rest kurz hier rein. Okay. Einmal. Bitteschön. Kann das also einer braucht, müsste ich das sagen. Jo, Igelei geht eine Stunde. Ähm, kann man eigentlich, ähm, hier anders als bei 5e mehrere Concentrate-Sachen casten? Äh. Ja, die sind ja, äh, die sind ja, äh, so Stained-Sachen. Weil die haben ja jetzt hier keinen, die haben jetzt hier keinen... Du musst halt jede Runde dann jedes Mal wieder, ne? Aufrechterhalten. Nee, Stained war das, mit denen aufrechterhalten. Genau, das lässt du Stained. Ach so, ja. Deswegen, Concentrate, glaub ich, ist egal hier. Concentrate ist, sag ich, nur für gewisse Anlagstorben, ne? Genau, falls irgendwie, falls du dich auf jeden Fall concentrierst, dann kann da was passieren, oder so was, glaub ich. Na ja, da kannst du ein Liga-Dangriss abkriegen. Ja, irgendwie so. Wenn du den Zweitmaskert konzentriert. Genau. Aber wie manipuliert ist, das ja theoretisch auch so was, ne? War's konzentriert? Ich weiß nicht mehr. War's hier auch nicht mehr. Kein Charakter, der das hat. An action with this trait requires a degree of mental concentration and discipline, steht hier. Ach, wenn da nichts schäfer, sondern nur einmal machen kannst? Nee, das steht auch nicht. Target is one weapon that I'm at hand with or wielded by willing creature. Touch. Wie lange hätten das? Step on a mute, nur noch. Nun, nun, beeilen wir uns lieber. Sonst flieg ich hier noch weg, nicht wahr, Jeremia. Ich lade auch da mal mit einer Giftkugel nach, statt normale Kugel. Denk dann noch über Exploration Activities. Ja, ja. Ach so. Meine Exploration. Warte mal. Ach so, ja. Müssen wir die nochmal neu kasten, oder was? Ja, aktivieren. Ja, gather information, wa? Bestimmt lustig, äh, stimmt wichtig. Oh. Dann, dann. Noch mein neues. Geet. Oh, Jeremia, wo bist du denn? Oh nein. Da ist der. Kesselkrax, kommst du? Wir kriegen das Schiff aus dem Weg. Kesselkrax, äh, ist weg vom Fenster. Ach, wir haben ihn schon wieder verloren, ja. Ja. So, was seht ihr denn dort? Ihr seht ein sicherlich einst prächtiges Luftschiff, das nun quer über dem Schrottplatz liegt. In verblasst schwarzer Farbe steht, äh, Harpies Kiss auf der Seite. Es liegt auf einem Haufen Schrottmetall mit leichter Steuerbordneigung und versperrt den von Westen nach Osten führenden Pfad. Äh, von Osten nach Westen. Auf dem Oberdeck ragt ein freigelegter alchemistischer Antrieb aus den Planken. Aus der teilweise explodierten Geregtschaft steigt immer noch Rauch auf. Und ihr habt ja letztes Mal schon, glaube ich, den Alkenstar-Lore-Wurf richtig gehabt. Und ihr wisst, dass Harpies Kiss ein, äh, Luftschiff von, ähm, einer berühmten Pilotin war, Farrah Winslow, die das Schiff wohl einst innig liebte, aber irgendwie durch einen Kampf oder durch eine Beschädigung musste sie sich von ihm trennen, weil es so sehr beschädigt war. Und dann ist es, äh, hier auf dem Schrottplatz gelandet. Und man sagt, es spukt dort. Oh, shit. Ich hatte auch keinen Giftkampf und Waffe nach. Also, ihr könnt, das denke ich, zu verlegen, auch mit diesem Metallding wegräumen, oder? Nein, der Kran ist außer Reichweite. Und das wäre vielleicht auch ein bisschen zu schwer für den, dann würde er auf jeden Fall abstürzen. Aber was da spuken könnte, könnten hier die Sachen sein, die Jan jetzt mal irgendwie, oder vorher jetzt mal herausgefunden hat, könnten darin sein? Oder war was anderes gewesen? Nein, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen durch, oder? Sie hat doch hier diese Kacken-Genölle gesagt, wir wären dann unterwegs irgendwo, oder? Ja, wir sollten uns beeilen. Ich lass Gift trennen. Das ist nicht ersichtlich, aber als ihr, als Rex, das Feld dort betritt, seht ihr, wie, äh, irgendwas aus dem Schiff hochsteigt. Es ist erst Rauch und dann bildet sich eine Gestalt. Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi. Das ist der Maschinengeist. Das ist eine Tote-Maschine? Was ist denn was? Und als er aufsteigt, lässt er sein Painful Whistle über den Schrottplatz hallen. Was wohl hier den Ruf verursacht hat, dass es spukt. Ähm, alle in, was haben wir hier? B-b-b-b-b-b-b. Alle fielen in 30 Fuß. Das sind, glaube ich, alle von euch. Ja, einmal da den Basic Fortitude-Safe. Alter, direkt schon weggeknüpft. RIP. Ja, easy. Critical Fail. Oh, die Eis ist kacke. Die Eis ist kacke. Soll ich noch ein Zero Point? Nudel lebt vielleicht. Griselcranks, alles richtig gemacht. Steht außerhalb der Reichweite. Nudel lebt vielleicht. So, ähm, okay. 2D6 sind das hier. Fangen wir mal bei Rex an. Die darfst du auch bestimmt dafür einsetzen, oder? Die dürftest du einsetzen, ja. Kannst direkt klick auf die Chatkarte machen und dann re-roll using Hero Point. Äh, warte. Machen wir doch doch. Das gibt's nicht. Das ist immerhin kein Crit-Fail. Wie gefällt dir, hast du die ersten Toten zu haben? Das heißt aber, du nimmst den Sage-Schaden. Aua. Bist du Stunt, das machen wir gleich. Aua. Machen wir jetzt schon. Machen wir hier von diesen tausend Effekten, das da. So, als nächstes Stardust. Ja, beide geschafft. Beide geschafft. Das heißt, oha, ist leider fünf Schaden. Nudels bricht unter dir zusammen. Oh nein. Dir geht's auch nicht mehr so gut. Das war Max Schaden für Nudel. Äh, Jeremiah. Beide gefailed. Beide gefailed. Ich guck mal, vielleicht bist du ja gegen Sonic immun. Ich denke nicht. Anscheinend nicht. So, und du noch? Eieieiei, der richtet hier aber Massaker an. Ähm, Josef? Ja, ich hab's geschafft. Also Hälfte. Du hast geschafft. Also 17, dass ich es nicht schaffe, das ist schon krass. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Da wurde einer eingedost. Verzeihung. Wound weg. Die Gegenstände kannst du ja so wieder ausrüsten. Äh, dann kriegst Josef fünf Schaden. Hast du da Resistenzen gegen? Nee, nur Physikal. Okay. Und ihr könnt mir alle schon mal in die Initiative reinwürfeln. Während ich euch noch ein wenig stanne. Aber nur wenn man es nicht geschafft hat, oder? Äh, lass mich nochmal lesen. Das war da oben und ich drin, ja. Ah, ein Stunt ohne Success. Okay. Das ist mein Hund zwar auch egal, aber... Ich kann's say no to be eaten. Die Stunts. Junge, der Geist hat ja richtig... Richtig angerichtet, ey. Ist das einer von denen, die uns... Ja, ist er. Hat er schon. 29, ey. I'm out. Ich fliege da einfach weg. Fuck this shit. Lebt wohl, Nudels. Nudels 2. Willkommen. Wo ist der Meistung? So, Grisselkrax brauchen wir noch. Ach, der ist schon wieder weg. Ich bin so ein Rücken-Assassin in the making. Ja, heute hatte Schwierigkeiten. Dann machen wir's so. Weiß einer, ob der gestilft... Ah, der hat Evolknotis. Ja, ich auch. Ich hab auch gestilft. Hast du schon editiert? Ich kann ihn noch nicht editieren, oder? Kann ich das? Ich kann nicht. Aber ich wüsste nicht, wo. Oh, ist denn sein Stealth-Check? Hat da noch keinen gemacht, okay. Was war dein Wert? Ich seh, ich hab unnichtbar bewürfelt. Ist über painful ein bisschen. Du kannst aber in deinem Bogen, wenn du auf Initiative gehst, kannst du da Perception... Ach, Perception, Quatsch. Stealth auswählen, dann würden wir da automatisch. Aber ich hab gerade schon bewürfelt. Dann muss ich jetzt nehmen, oder? Ja. Eieieiei. Was war gut da? Oh, Grisselkrax mit der 1, ey. Okay. Eieie, da beginnt der Maschine. Maschinengeist. Und er öffnet nochmal mit einem Pfeifen, ey. Nochmal! Nein. Das ist nur, wenn er vorgeschworen wird. Der schleudert ein heißes Zahnrad auf Jeremiah. Target ist out of range. Ist aber bescheiden. Ist ja, Rack, Rex, dann halt du, ne? Ist in Ordnung, wird eingedost. Es saust an dir glücklicherweise vorbei und verschwindet irgendwo in der Prärie. Rhythmus, ne? Redfot hier, ey. What the fuck? Kräfen kann es nicht. Kommt, wo ist der explodierende Kopf? Den brauchen wir jetzt. Okay, das ist klammsig. Zum Hinweis, das ist eine, ein Spukerscheinung. Das ist kein normaler Gegner. Das heißt, die kann man vielleicht mit Waffengewalt bezwingen, aber da es Geister sind, ist das eher unwahrscheinlich. Die muss man auf anderem Wege exorzieren oder irgendwie mit, ja, irgendwas mit denen zusammenhängt und dann einen Skillcheckwurf schaffen. So, dann ist er aber fertig. Starlust, was tust du? Das kann ich auch noch nicht. Das ist eine Maschine, also wir müssen eine Maschine zerstören. Aber warte mal, ich muss ja mal auf eine Karte ziehen, die werden halt so einfach fehlen. Ich vermute mal, das hat da mit diesem Alkoholotismus-Ding zu tun, ne? Also, ich... Könnte, ja. Ah, okay, interessant. Könnte auch eine Legion sein. Könnte auch Maschinenwissen sein, weil er... Achso, also abhängig von... Verstehe, ja. Du sitzt auf ihm im Sattel. Aber Nudel ist tot. Der ist ja gerade unter dir zusammengebrochen. Ach, der ist ganz tot. Ich weiß nicht, sind die ganz tot sofort? Ich meine, die haben auch einen Dying-Valgue, ne? Haben sie? Oh ja. Na dann. Ach, Nudels. Ich kann mich gerade richtig aussuchen. Hallo, Nudel, wissen wir nicht? Bin ich zweimal da mit Nudel? Nee, doch nicht. Das ist eine Lüge. Äh, ich würd mich dann erst mal hinter... Ich muss ja so mal... Nee, ich kann drinbleiben, eigentlich, ne? Ich bin ja auch Tiny nur. Ich würd mir so ein. Ich muss ja eh in andere Felder reinlaufen, um zu kämpfen. Dann, äh... Boah. Was hilft denn dagegen Geister? Kennt sich einer mit Geister aus? Nicht wirklich. Ich, äh... Ich, äh... Als erster Axiom mach ich dann eine Recall-Knowledge-Wurf. Ja, das ist anscheinend ein rachsüchtiger Maschinengeist, der hier noch verweilt aus Trauer. Du vermutest, er ist entstanden, weil seine ehemalige Pilotin das Schiff so geliebt hat und so eine enge Bindung und dass die beiden bis ans Ende der Welt geflogen sind. Und dass sie das Schiff dann hier am Schrottplatz zurückgelassen hat, hat diesen Geist ins Leben quasi gerufen. Und du könntest dir vorstellen, dass wenn du irgendwie im Zusammenhang mit der Pilotin Farrah oder mit dem Schiffnamen alleine mit ihm interagierst, dass du da schon Vorteile auf Würfe bekommen könntest. Gott, ich weiß nicht, was dir die Schiffnamen sagen und ich nicht Vorteile auf Würfe. Ich bin jetzt einfach drauf. Oh, ne. Ich bin jetzt einfach drauf. Ich bin jetzt einfach drauf. Ja. Ich, äh, anlode und lode meine Waffe. Okay. Ich hab die Giftkugel einfach nur raus und den anderen reingepackt, normale. Typik, kommt näher. Rex. Äh, also, haut mir das Ding jetzt so noch nicht. Oh, ich glaube nicht. Das hast du mit deinem Wurf herausgefundenst, war das, das wäre ziemlich sinnlos. Also, vielleicht bei Rex nicht, weil der ziemlich hart austeilen kann, nochmal. Naja, gut, ich mein, meine Axt ist halt nicht magisch. Ich vermute mal, dass das hier was bringen würde. Schade. Wir haben mal eine lagische, äh, Dings vom Hand, Handschuh, da haben wir doch bekommen. Stimmt. Wir haben einfach totgeschlagen, ey. Ich glaub, das klingt gar nicht immer so schlecht. Ich boxe den Geist. 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 Genau. Nein, hab ich den nicht. Okay. TPK, here we go. Ist okay. Ich kann... Achso, warte mal. Äh. Ich hab die jetzt als Attacks nicht eingerichtet, natürlich. Ne? Ich hab ja nur Anopt-Strike. Wie? Ah, ja, warte. So. Deinen Anopt-Strike hat die jetzt quasi drin. Achso, automatisch dann drin. Sehr schön. Ja. Dann komm her. Der arme Maschinengeist, der wird einfach getestet. Ich boxe dich. Mach keinen Schaden. Kriegst du ihn hindurch. Egal. Die, äh, das weißt du auch mit deiner 20er-Recoil-Knowledge, die haben eine Hardness, äh, Stardust. Äh, die haben eine, äh, Leichtness. Ja, die haben sowas ähnliches wie Hardness, nur... Die sind nicht hart. Ihre Materie zu zerstören, äh, bedarf purer Gewalt und davon nicht zu wenig. Du musst stärker zuschlagen. Alles klar. Ich bin schön. Also, mach die Angst. Ich bin schön. Dann musst du jetzt auch eine Item-Interaction nehmen, um die wieder hinzugreifen. Ja, ja. Dann, also nur noch einmal anhauen dann quasi. Naja, du hast dich auch nur bewegt, also hast du jetzt gar nichts mehr. Ah, stimmt. Ich hab mich bewegt. Okay. Ist auch noch. Dann nehm ich die Achse noch in die Hand, wieder und passt. Sir Gideon, tu doch was. Stardust, was sagtest du zur Maschine und dem Geist? Ja, wenn man denen irgendwas erzählt über sein Schiff oder irgendeine Verbindung bringt, mit ihm dann wieder irgendwie abgelenkt oder sowas, keine Ahnung. Oh, und was ein wunderschönes Schiff ist, dass ein 12-Cold-Mod war. Das hab ich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Ja, okay. Was willst du dann für den Skill einsetzen? Äh, Drafting. Okay. Dann gib dir darauf mal einen Plus-3-Bonus. Drei. Ja. Jetzt einfach werfen auf Drafting oder wie? Ja, ja. Den Skill-Wolf im Chat ist einer. So. Ja, da. Da kannst du Plus-3 noch eintragen, bevor du wirfst. Und jetzt so einen Euro-Point einsetzen. Ich will das Euro-Pointen, ja. Oh, schau. Ja, er hat kurz innegehalten, als er ihn belobt hat. Oder seine Hülle. Sonst ist er unbeeindruckt. Er heult noch mal. Das kannst du natürlich jetzt so oft machen, wie du noch willst. Ja, dann würde ich das noch zweimal machen. Kann man den Geist nicht einfach den Esel anbieten, als neues Gefäß? Ja, was? Wir bieten den Geist nicht den Esel an. Immer zusammen mit der Plus- Ghost in the Donkey, ey. Nicht Ghost in the Shell. Also immer noch mit dem Plus-3-Modefaller dann? Oder ohne? Naja, der ist jetzt verfallen. Den hast du schon quasi ausgenutzt. Aber wenn du noch etwas anderes dir aus dem Ärmel leierst. Von den Infos, die ich getroppt habe. Ich habe von eurer Schiffskapitänin gehört. Das ist ja... Ihr seid ja wirklich überall dick geflogen. Das habe ich gehört. Aus Alkens da raus. Über den Himmel. Gut. Fera. Fera. Plus 5 Bonus. Ding, 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 ding. Aha. Muss man doch noch nur Fera sagen. Ich glaube, Fera mag er. Fera. Gut, dass du das gesagt hast. Ich glaube, unser gute Grisselkrax hätte auf ihren saftigen Hinterrang gespielt. Das wäre ja, glaube ich, der irgendwie so stimmt. Und das wäre wieder verfallen. Und wo du auf ihn einredest und ihn an seine Pilotin erinnerst, die tollkühne Tieflingin Fera Winslow, lässt er ab von euch. Fera. 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 Und Verhalt auf dem Schirotplatz. Braucht Wuttern und... Oh. Ich wollte ihm grad schön über den Zauber ins Gesicht börsten. Da ist er so weg. Steh! Ich kann dich jetzt leider auf meinen Hund kümmern. Hund am Boden! Hund am Boden! Dieses Ding ist... Ding ist ganz schön gefährlich. Oh, keine Sorge, ich kümmere mich drüber. Du gehst weg! Ich zieh meinen... Ich zieh meinen... Ich zieh meinen... Ich zieh meinen Gebrauch. Es geht meist vorbei, keine Sorge. Ich habe einen Granat und ich verhörte nichts sogar sie zu benutzen. Ich ziehe mein Alchemistenfeuer. Oh, ich hab noch 18 HP. Du, what you want? Soll ich in den Ladenschuss gehen? Nein. Dieses Ding hat ganz schön ausgeteilt. Also... Keiner kann das benutzen. Mein Hund verreckt jetzt am... Was? Soll ich in den Ladenschuss gehen? Nein! Sicher? Ich zieh meinen Hund weg. Sind wir schon Level 2? Nein. Nein. Null Appartementsversuch. Ja, ich hab ja jetzt eh auf Milestones umgestellt. Ihr kriegt Level 2, wenn ihr erfolgreich wieder im Saloon seid. Kann keiner die Heil heilen! Haben wir denn nicht irgendwas? Ich blätter ein bisschen in meinem narkotischen Manuskripten rum. Kann ich etwas über Hundeseelen rausfinden? Kann ich sie vielleicht retten? Ist das hilfreich? Das weiß ich nicht. Für ihn nicht mehr. Für mich schon wahrscheinlich. Für den Mr. First Aid brauchen wir auch dieses Erste-Hilfe-Set, oder? Ne, du brauchst erstmal Train da drin. Ja, das ist es für mich. Ach, das bist du! Ja, du brauchst ein Healers Toolkit. Das haben wir nicht zufälligerweise eben aufgesammelt, oder? Ne. Ich glaub, Monzi hatte, glaub ich, keins. Ne. Also... Ich hab hier ein Hammer und Nägel. Das müsste aber auch funktionieren. Also wir... Das ist kein Esel! Das ist nicht der Esel! Aber ich glaub, step-wise... Wie wichtig ist euch dieser... Dieser... Dieses Ding? Hm... Versuch das hier! Und ich kipp dem, äh... Ach, dem Esel eigentlich schon. Dem kleinen Needles. Das Elixier in den Hals. Hast du auch noch eins gehabt? Ja, ich hab eins gelootet. Das war eigentlich ein, äh... Ein wertvolles Ding, aber ich hab's für deinen dummen Hund ausgegeben. Dein dummen Hund. Wie viel HP hat der Hund, bitte? Ja, sechs wahrscheinlich. Oder sechs? Das ist ja voll nicht wahr, Alter. Ist... Ist okay. Jetzt kommt der Gnadenschmutz. Der ist aber dann wahrscheinlich direkt tot. Freu dich, streng Nudels wieder aus. Jonas, sowas gut von mir ist. Ich geb das nächste Mal auch eine Heilsheit, wenn du am Boden liegst. Wuff, wuff. Das ist schlecht. Besser nicht. Hahaha. Reite ich nicht mehr drauf? Ja, ich reite immer wieder drauf. Oh, ja. Ich mache noch ein paar Notizen in meinem Buch. Interessant. Hahaha. Hahaha. Dann lade ich jetzt wieder die Giftkugel durch. Hahaha. Aber auch ganz gut, dass ich es verwendet habe, sonst hätte ich aus Versehen draufgeklickt und mich wahrscheinlich selber umgebracht damit. Hahaha. Guck mal, er hat einen Heilschraub, ich musste ihn einflößen. Guck, gluck, gluck, gluck. Oh. Hahaha. Äh, ich kann mich halt selber heilen, ne? Du würdest das auch mal scheitern, hast du? Bist du einer der wenigen. Ich kann mich selber heilen. Ja, zum Glück. Das bringt dich nicht, wenn du auf den Boden liegst. Ja, doch. Passt schon. Kann man dich überhaupt stabilisieren? Ja, ja, das funktioniert. Du kannst mich nur nicht heilen. Also, ohne harm. Wenn wir haben dich umbringen. Ihr solltet übrigens wissen, ich, ähm, nun, ich reagiere allergisch gegen vitalen, äh, Heilkrams. Ihr solltet das besser nicht bei mir einsetzen. Also bist du doch untot. Ach, so halb. Aber nicht ganz. Mein Heer hat mich, ähm, nun ja, auf diese Welt zurückgeschickt. Aber nicht das Untoten, sondern als Rachegeist. Äh, äh, fleischlichen Rachegeist. Also, war das Ding eh ein Verwandtschaft von dir? Nein. Er war nicht sehr, ähm, materiell. Quatsch. Ich blick das nicht. Wie ihr seht, ich blute. Und ziemlich stark sogar. Könnt ihr mich verarzen? Hahaha. Das kann keiner von uns. Das ist ja einfach ein Verrecken. Ich glaube, ich weiß, dass wir das erst was kaufen werden. Ach so. Das ist nicht so ungut, aber ich glaube, der Junge da neben dir, der sieht schlimmer aus. Ach, Puppeler Papp. Soll ich mal an? Hier sind viele, viele Stimmen gerade aus, wenn ich mich angucke, ne? Ja. Zwei noch halbtot, so gut wie tot. Das ist klar. Man würde sowieso mal so gut wie tot. Rechts ist halbtot. Der Esel ist halbtot. Das sieht nie gut aus. Also, ich hätte da noch so'n... Ich hätte da noch so'n Trank, aber... Ich glaube, ihr solltest behalten für Wiederbelebung, eventuelle. Äh, ja. Also, ich kann heilen, ne? Aber ich glaube, das ist nichts Gutes für euch hier. Das ist nicht heilen. Ja, doch, das ist... Tja, was tut ihr? Naja. Können wir noch weitergehen, oder? Ja. Ich würde sagen... Durch Schiff, durch irgendwie da rüberklettern. Geht das? Können wir irgendwie durch? Das hilft. Ist da so'n Weg durchgeworstet? Naja, das sieht ziemlich massiv noch aus. Aber ihr habt euch ja noch nicht die Engine angeguckt von dem tollen Schiff. Das würde ich mal tun dann. Dann... Das ist doch ein altes Schiff, ne? Das ist doch hier oben das Ding, ne? Äh... Ja. Genau. Der Heirato-Schiff ist irgendwo ein Erste-Hilfe-Kasten, der noch nicht verwendet wird, oder? 20 Jahre über! Der wurde von den Kakerlaken schon gefressen. Die haben die Verbände wieder ausgeschissen. Besser... Besser... Das als nichts. Also... Ihr seht da, wie so'n planlose Rex versucht, mit seiner Axt in den Motor rumzustockern. Und da ihn würde ich nicht schneiden, sonst... Ja, dann... Dann angucken, ne? Kann man da irgendwie... Weck nicht, dass er dann explodiert. Kann man da mitmachen? Ja, ihr könnt hier und da... Ja, irgendwie... Ja, ihr könnt tatsächlich aber auch klettern. Ja, die Leute wieder streichen. Mein Anker in der Not, Jeremiah! Ich würfel die unsichtbar. Okay, ihr guckt euch gleichzeitig beide den alten Motor an. Obwohl der gerade dann auch mit feurigen Zahnrädern geschossen hat, der Geist ist der Motor kalt bei Berührung. Und... Ihr seht, dass der eigentlich noch ganz gut in Schuss ist. Das heißt, wenn ihr den anwerft, was euch jetzt auch gelingen könnte, würde mit eurem Wurf, äh... Würde die, äh... Harpy Skis wahrscheinlich so in den Schrotthaufen reinsteuern, dass das Hinterteil sich dann hierhin so dreht, nach euren Berechnungen und den Weg freigeben würde. Ja, dann, äh, los geht's, ne? Die anderen sollten aber vielleicht Abstand nehmen. Ja, das sind wir schon. Äh, äh... Kann Jeremiah die nötigen Schritte ausführen und ich geh weg? Also ihr habt genug Zeit, dass ihr dann auch rausrennen könnt. Den brauchen wir ein bisschen, bis er volle Fahrt aufnimmt. Und... Die Turbine. Der, äh... Schall damit umgelegt. Ihr hört hier hinten, wie unglaublich Wind aufgewirbelt wird. Ihr müsst die Hose dann ein bisschen festhalten auf die Ecke. Oh nein! Der Fliegelhorn! Zu Hilfe! Dampf steigt hier auf, aber weißer Dampf, kein schwarzer. Und im nächsten Mal zündet der Motor auf. Die Harvey Skis knallt in die nächste... Kein Problem, bleichgesichtig halt ich fest. Knallt da hinten in den Schrottor. Ich lande also weg! Hast du ein Seil? Ja. Ich bin doch kein Ballon. Ich hab' den Wagen. Ich hab' den Wagen. Ich hab' den Wagen. Ich hab' den Wagen unterwegs, Josef. Weder noch... Ich bin auch... Sonst wenn du in den Verkampf wärst, hätt' ich dich hinten am Schwanz und meine Nudel angebunden, dann hätt' ich dich nur her und ziehen können. Ja, aber das geht erst wenn ich den Major Fluch drauf hab. Dann kann selbst dein komischer Hund mich ziehen, aber den gib' ich leider nicht. Wenn du nachher unterwegs wärst, hätt' man dich an Jeremia angebunden. Ich mach das schon selbst, keine Sorge. Und wenn Müschting ist, wir binden nicht uns beiden dran und ziehen nicht auseinander. Eigentlich bin ich eher so der Unterstützungszauberer. Ich sollte eher in Nähe von Grisselkrax bleiben. Während ihr darüber Gott und die Welt diskutiert, hört ihr Hyänen-Gelächter weiter westlich. Können wir uns von hier nicht nur einfach schießen? Oh ja, lass uns sehen. Einfach schießen von hier. Ihr seht, wie eine Bande von räudigen Gnollen dort um ein Lagerfeuer sitzt und sich totkeckert darüber, dass gerade dieses Schiff da in den Schrotthaufen geknallt ist. Und ja, ihr habt ja anscheinend keine Anstalten gemacht, euch zu verbergen. Deswegen Initiativen. Ich bin automatisch im Sneak-Modus. Activity, oder? Ah ja, aber würfel den jetzt mal direkt neu rein. Ja, ich habe eh keinen Würfel gerade. Weil es weit nicht war. Perception, Stealth. Christian ist schon wieder rausgeflogen. Der ist seit dem Geist weg. Ne, der war einmal zwischendurch da. Ja, aber da hat er eine Sache gesagt danach, aber er war ja dann weg. Ich dachte, zehn Sekunden oder so. Fuck. Der hat auch Probleme manchmal. Was ist denn bei ihm? Hat er Internetprobleme oder was ist das? So ein Speicher läuft irgendwie mal voll bei Foundry und dann schützt sein PC, glaube ich, ab. Oh Gott. Aber das kann er uns selber sagen. Geht doch, geht doch. Da ist er wieder. Christian, bist du da? Ja, jetzt wieder. Welcome back. Ja, wollen wir nicht heute schlimm. So, okay. Die Gnulle haben euch bemerkt. Ich habe mal Grisselkrax mit Stealth reingeworfen. Aber es beginnt eh... Rex. Yes. Also da links, da hinten. Nee, ja. Perfekt. Potenzial weit weg. Aber dann mache ich doch mal meine süßen 25... Wenn ich Sprint, sind das... Wie viele Aktionen? Naja, es gibt hier nicht Sprinten per se. Du kannst halt mehrmals die Move-Action machen bis zu dreimal. So ist das hier. Okay. Dann machen wir das nochmal. Okay. Warte, wie viel habe ich da? 25 hier. 2. Und dann... Ja, ist das alles. Ich bin am Arsch der Welt. Ja, dass ich da dran bin, ey. Ich hoffe, dass es bleibt. Nee, eine zu weit. So. So, und dann war das meine Aktion. Bitteschön. Mr. Swiper. Schütze. Na, von daher sehe ich die. Ich habe auch Range, also schieße ich. Du kannst da hinten schießen. Wer war denn Platz? Ich habe 40 Feed-Reichweite. Wir sind's bis zu 170. Der nächste ist 155. Oha. Viel zu dunk. Wozu gibt's Europe 1? Kann eine Person kaputt gehen? Äh, bei mir nicht. Nein, bei mir nicht. Und dann... Wenn ich... Ich muss die hinterher einmal reinigen gefühlt. Überweist du da überdrehen. Äh, am Tag muss ich eine Stunde damit aufbringen, aber... Ja, alle, die haben Schusslaufen. Ja, du bist exposed. Deine Schüsse knallen quer durch das Gnullcamp, verletzen keinen. Und ja, dann ist, äh, Stardust do dran. Ich gebe mein Nudelbefehl loszustürmen. Der arme Hund, ey. Nudel rennt. Haben... Sieht das eigentlich so aus, als hätten die Fernkampfwaffen? Oder sind das nur so wirklich, äh, Tentakel-Viecher da? Dafür kann ich dir jetzt nicht so... Also, du an dem Körper siehst du jetzt erstmal aus der Entfernung überhaupt nichts. Ja, ich... Brauchst ja irgendwelche Schämen mit komischen Wülsten. Ich habe ja vor mir ein Schutzschild dann. Ich bleibe bis hierhin mit meinem Nudel. Obwohl, der Aktion hat ja dann... Rett seiner 65 Feet. Wie war's denn mal mit Aktionen vorbereiten? Ah, brauchst du zwei Aktionen, um eine vorzubereiten. Ich muss ja noch eine Bombe ziehen, dann. Äh, was ist denn? Wie war's denn hier weg? 115. Äh, ich ziehe eine... Bombe. Erstmal nur. Oh, leider schau, da steht das, aber ich ziehe. Und, äh... Dritte Aktion ist dann erstmal... ...nichts. Ich muss warten, bis sie kommen. Okay. Sie kommen. Mit, äh, Gnollgeheul. Au! Der Erste stürmt vor. Kommt bis hierhin. Der Nächste tut es ihm gleich. Bis dahin. Daher kommt bis dahin. Und auch der Letzte schließt auf. Vollschleisch! Josef. Das sehe ich auch. Josef, you are muted. Josef. So, dann bin ich wieder. Hast du richtig. Ich bin dran. Fertig geil. Äh, ich würde dann 25 Fuß bis da laufen. Hm. Tja, ist ein bisschen doof gerade. Ich würde nochmal laufen. Bis hier. Dann... Oh, perfekt. Der obere. Kriegt dann... Nee, ich krieg gar nichts ab, weil er es zeigt. Beziehungsweise ich selber kriege, mein Schild. Warte. Nein, drück ich mal das Falsche. Hallo. So, und ich nehm diesmal... ...den hier nachher. ...den hier nachher. Ja, letztes Mal hab ich dir nochmal ein Stück genommen. Es ist eine Affeck-Klock. Gideon. 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 Ja, ha, 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 ha. Ja, den Freidamage gibt's doch nur beim Critical, oder? Oh ja, Entschuldigung. Oh ja, Entschuldigung. 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 Ja, da ist Rex dran. Ja, da ist Rex dran. Angesicht der Knolle. Gideon. 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 Ich bin mir sicher, Rex zerteilt jetzt ein paar. Ich bin mir sicher, dass wieder Leck drin ist. Ja. Ja. Du kannst gar nicht bis dahin laufen, oder? Ja, das war jetzt... ...ein Schritt zu viel. Echt? Ja. Hab ich... ...25? Okay, dann war die Anzeige komisch. Ich wollte grad sagen, es sind 25. Ach, du bist doppelt, du bist doppelt schritt. Das geht nicht. Doppel, diagonal, du kannst nur einmal diagonal für 5, danach kostet's... Passt doch. Ist doch immer noch 25. Wo? Ja, dann dein Weg auch da. Achso, ne, passt schon. Okay. Was habt ihr eigentlich? Ja, Jan, der... Entschuldigung, aber warum ist denn das dann gelb? Tut mir leid, da ist die Anzeige falsch. Kann gut sein. So, zerhaxe. Mach ich. Das trifft. Weil es über 100 nicht geht, weil der überladen ist der gute Rex. Der kann gar nicht so weit überladen. Nein, der ist nicht überladen. Ich hab ja den blöden Beutel. Achso. Aber ich seh übrigens meinen Wurf sogar nicht. Das Clumsy ist von, ähm... Seiner zweihändigen Axt. Aber ein Kampold ist da. Geht da. So. Äh, aber ich hab doch den... Ich hab doch den Beutel, oder nicht? Du musst doch die Sachen in den Beutel packen. Ah, da ist ja nichts drin. Aber, ja. Mach ich gleich. Hast du dann gemacht. Sehr gut. Das ist weg. Ja, ich wusste. Wen hat den Schluss. Das ist weg. Wusch dich nicht, ne. Dass ich die da reinschieben muss. So, während du die Sachen in den Beutel packst, äh, schwingst du die Axt und, äh, zerteilst da den ersten vermute ich schon fast. Aber, das war's ja schon da mit Reaktion. Also, vielschön. Ja, warte. Hm? Ja, der stirbt vor dir direkt. Uah! Aber, als er stirbt, äh, du hackst so in den rein, dass er irgendwelche komischen Körperflüssigkeiten auf dich spritzt. Ach nee. Einen Reflexwurf, der da im Chat steht. Wie geht dein Axt nicht kaputt? Haha. Okay. Du weichst dir ekelhaften Sauerei aus. Griselkrax. Ekelhaft! Ja, Griselkrax hält drauf. Da pfeift der Schuss über den ganzen, äh, Platz. Uh, auf wen hast du eigentlich geschossen? Ah ja, okay. Der ist tatsächlich nicht tot. Das hat mich kurz gewundert. Uah! Kommt aus dem Sprint, als ihm die Schulter weggeschossen wird. Uah! War das? Dann verschwindet Griselkrax. Und trifft nochmal, um ihm den Rest zu geben. Pfff! Ein zweiter Schuss peitscht dann durch seinen Kopf. Stardust! Kann jetzt nicht Rex nochmal Gift abbekommen? Nein. Ich geb meinem Hund erstmal ein Befehl davon zu laufen. Hehehehehehe. Dann werf ich meine Skunkbomb. Beste Dorn stinkt hier. Die geht leider daneben. Ah, die Splash Damage. Die trifft. Achso. Okay. Der kriegt hier die volle Ladung ab. Pfff! Der Kollege kriegt einen Splash Damage ab. Und alle, die, äh, beim Success werden die alle sicken und eins die Splash Damage abbekommen. Äh, nur der mit dem Splash Damage? Alle, alle. Die, die, die. Die, die. Die, die. Die, die. 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 Die trifft alles. Die von den beiden. Hm. Mhm. Okay, der eine ist anscheinend stinkig. Der andere stinkt eh schon. Leben beide noch. Dann ist der eine... ...Failer, ne? Oh, Failer ist Sickened 1. Ja, ist er schon. Hat er automatisch gemacht. Der eine ist Sickened dann, oder? Ne, der Critical ist schon schade. Ist gar nichts. Ja, dann, äh, stieh ich jetzt mit der zweiten auf einfach raus, ne? Ich hab ja noch Pistole in der Hand. Okay, geil, find ich. Ist nicht gut. Warte mal, hab ich den... Ja, ist die richtigen amüsiert. Uh. Da fliegt bei einer Gewürfel in das Schiff oben rein. Pio! Pio! Der blöse Geist kommt wieder. Und dann, und dann, und dann, und dann wird der Bludo wieder zurückbefehlig durch Minuzan an der zweite Aktion. Pio! Der Scheiß-Dri-Fail-Hund, ey! Der Dre-Fail-Hund. Schön Zuhl raus! Und der Meister gleichs die ganze Zeit Sachen schießt und geht weg, ey! Ich, ich brauch so eine angelliche Nudeln wie sie den Esel vor dem Kopf vorne halt, und immer hin und her rennt. So, der Gnoll läuft auf allen missgestalteten Gliedmaßen auf dich zu Rex und greift dich an. Gott-dammit-s-Nudeln. Mit Krallen. Nein! Nein! Oh, ey! Ekelhaftes Vieh! Mit zwei Schaden! Uuuuh! Das war die Eins, ey! Das war die Eins, ey! Ich meine, der macht natürlich 20? Ne, der macht wahrscheinlich einen D6 oder so. Das ist keine natürliche. Das ist keine natürliche. Nicht mal starten, Mann, gönnt ja! Weil bei Gebeträgern hier immer alles grün wird. Der holt dann nochmal aus. Verfehlt dich, oh, das ist die natürliche Eins. Oha! Verfehlt dich kritisch, äh, unarmed. Und... The target deals jaw damage to you. Haha! Ja, dann beiß ihn mal! Das kann er sogar! Der hat auch die Tast! Der hat auch die Tast! Der hat auch die Tast! Der hat keine Tast! Die brauchst du als Feed. Aber du kannst mir mal den Damage von der anarmten Tech geben. Das kriegt man zurück. Also... Wie mach ich das? Einfach nur Damage dann einfach? Oder was? Geh mal bei Aktion, wo die annahmete Tech ist und Strike. Da steht auch irgendwo Damage dahinter. Jetzt kann ich mal drücken. Ach, da! Was zum Woll! Er hat geknallt! Seine Faust bleibt in deinem Kiefer stecken und du reißt ihm den ganzen Arm aus. Uuah! Oh, das hat ein Angriff gewesen. Ja, das ist leider ein Angriff. Er verreckt vor dir, aber bespritzt dich noch mal mit seiner Ekelhaft... Ich meine, dass die Spritze geht direkt in den Mund rein. Äh... Brauch einer einen Arm? Ich hab hier so einen Arm! Einmal den Reflexwurf bitten. Na, schluckst direkt den säurigen Blut runter. Das Arm würde ich annehmen! Mit dem Arm oder was? Oh Gott! Oh Gott! Das ist ein Schaden! Das ist ein Schaden! Das ist durch die Säure, die in deinem Mund klebt! Bäh! Ekelhaft! Aber du rufst dann ihn nicht! So! Sein Kollege, wer ist jetzt eigentlich dran? Der ist ja tot! Sein Kollege ist dran. Der ist ja tot! der macht einen step nach vorne und wirft verhalten seine bola 20 diesmal das ist das platz in dem tag drops one weapon okay du verlierst deine großachs als die bola darum geschleudert wird und der kopf dabei trifft und du gehst sogar dort oder ich habe zu not ich weiß nicht ob es das dann schon triggert ich habe ja hier meinen meinen ferocity waren deine temper p die haben mich noch davor gerettet okay so das war es aber von ihm josef mein versuchskaninchen dann ist 40 fuß nur weg jetzt kann ich in seinen verstand vernebeln nimm das wird er gedazed schön basic real save platze mein kopf platze nicht der kopf platz sondern irgendwie so ein zweiter kopf dem da auch immer gewachsen ist was bist du und dann gib ich ab was kommt von umtoten geht ja am anfang suchst du nochmal in overdrive mit der hoffen um einen kritischen zu erwischen leider nicht schade und dann befiehle ich dir jetzt mit zwei aktionen den esel so dass er jetzt drei aktionen die heute statt ist so geil es ist so geil wir feiern und er die ganze Zeit los esel ich muss dich rübertreiben ich muss dich rübertreiben das ist der geilste überhaupt gleich ist er soweit schreit schreit er hat 1 AP du willst wohl schaffen oder kurzer box boxen stop ich hab das war jetzt schon drei aktion für den esel ich kann nicht mehr weiter machen der kann doch galoppieren der kann doch galoppieren doch 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 der esel hat so 100 fuß nein durch in einer turn gelogen ja ich hoffe der esel wird besser noch aber das ist doch rex ja gut dann wird besser wenn du eine bessere fähigkeit mehr hinkriest ne ich nehm ich hebe meine axt wieder auf natürlich naja wohl und dann laufe ich auf den guten herren zu und niemand nehmt mir meine axt weg dummes vieh oh benni ist in on point gerade hä 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 ach 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 das gibt's doch nicht hä ausgerechnet dann funktioniert das ja schlicht scheiße das war's leider schon war der mit reaktion leider 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 das geilste ist wenn ihr nicht den weg hättet hättet ihr keinen schaden gekriegt ich kriegte schaden naja ich glaub nur wenn du ihn angreifst achso ja nicht wenn er vor dir explodiert naja ich stehe extra mit nem melee attack angreifst schade naja ich mein natürlich gut für euch ok er weiß nichts von dir grüsel crags oh gott jede plus eins zählen er ist richtig nur so triffst du pst 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 du verteilst sein gehirn auf der harpies kiss wenn das der geist mitkriegen würde er kommt zurück nochmal ja heute sind die schlampffresser tot wunderschön lobotomiert ich geh dann hier hin und nimm mir den den arm oh ein seltsames spezimen ekelhafte piecher und äh ich hab vielleicht die ein oder andere schramme die haben wir alle ich auch wenn ihr wollt könnt ihr dort unterschreiben und ich geb dir so nen kleinen Wisch was steht denn da stehen ziemlich viele klauseln die besagen falls du äh naja falls es irgendwie dazu kommen sollte dass äh dein ableben bevor steht dass du mir dein körper deine seele vermachst äh okay stilte bis ein und verstau ihn irgendwo in der tasche äh okay ähm vielleicht ein andermal oh das heißt nie hat noch nie funktioniert warum nur ja ihr seht ihr die viecher tragen tragen abgeschnittene geldbeutel also diese irgendwelchen leuten wahrscheinlich abgezogen haben bei sich und wie viel ist der drin guck in den bogen ich glaub 12 silber oder so jeder und natürlich ihre feinen bolas die überhaupt nicht stinkig sind vorrenztropfen also ich schätze dass das äh jeweils so diese Wurfwaffen oder was mhm aber die nehm ich mir oh dieser kleine Fledermaus ich sammle sie nur auf damit ich später verteilen kann vertraut mich der ist schon dreimal überladen hat 50.000 äh Statusveränderungen drauf weil es der erste der alles ein looptet ich bin gut Nabuführung ich kann euch ich kann euch gute äh gute äh finanztipps geben was warst du nicht der der nun sagen wir mal beschissen hat nein ich hatte nie neben beschissen naja ich sag wie es ist krieg mein geld nicht fahr weg deinen scheiß köter ja ach das finde ich gut keine angst ich werde dein geld genau ausberechnen hier du kriegst null da er äh ich traveling von eine Goldmünze. Ich richte die Waffe auf den Brauli. Wie viel schuld ich dir? Nichts, nichts. Wir sind ausgerichtet. Hier brutzelt was, das so ein bisschen wie ein menschlicher Torso aussieht. Ist das Mittagessen? Die Wagen hat beim Mittagessen. Habt ihr die gestört? Das stinkt. Ist das? Ach ja, Gift nachladen und ich zieh mir mal direkt eine Bombe. Wofür hat man denn die Hand frei? Geladen und entsichert. Ja, da sind noch ein paar modrige Zelte, wo die anscheinend übernachten. Ist nicht viel besser als bei den Goblins, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind große Goblins, einfach nur. Ja, können wir weitergehen. Ich will hier nicht bleiben. Wir waren doch Spionier. Müssen wir nicht langsam mal den Ausgang finden? Oder ist da was in den Zelten drin? Hier war ich schon öfters. Hier habe ich nach kürzlich verstorbenen besucht. Da ist einer auf dem Lagerfeuer. Ach, der ist so gut durch. Den brauche ich nicht. Bei dem ist alles denaturiert, was ich erforschen könnte. Können Seelen denaturieren? Frag mich nicht. Das hört sich gerade scheinbar schon. Ja, der Rex, der hat erst mal einen Punkt. Bisschen Menschenfleisch. Kommt man ja alle Tage dran. Weck wie Hühnchen. Danke. Ich ziehe Grizzly Clucks mal mit. Ich glaube, der ist wieder... Nein, ich habe Foundry einfach nur mal kurz ausgemacht, damit ich nicht noch 15 Mal rausfliege. Sobald Action von mir gebraucht werden, gehe ich wieder weiter. Das hier für einen... Okay, kommt um die Ecke und seht dort. Fungusbewuchs ohne Ende. Die Müll- und Schrottwände des Schrottplatzes sind hier mit dichten, grünen Schimmel, knolligen Pilzen und pulrigen Fungus überwuchert. Dichte und dicke Fäulnisflocken bedecken teilweise auch den Boden. Die Pflanzmasse wirkt schwammig und rutschig. Im Osten... Na, das seht ihr noch gar nicht. Welcher Fungus? Doch, Josef sieht es schon. Hier im Osten führt ein breiter Abwassertunnel vom Schrottplatz hinweg. Welcher Pilz wird uns angreifen? Die sind zum Essen. Ich glaube, die essen wir uns. Das zweifle ich an. Können wir nicht kurze Raster holen und es hochhalten? Ach nee, geht ja nicht. Kann ich da mal so ein Nature-Ding machen? Ja. Okay. Gibt es da was zum Posten oder soll ich einfach so verdeckt würfeln? Kannst du mir so geben. Okay. Oh, das sind doch ganz eindeutig. Der grüne Schwammlippenpilz ist es. Berühmt aus den Mana-Öden. Haben die Gnolle vielleicht mitgebracht. Der grüne Schwammlippenpilz. Das kann ich nicht. Nicht? Der ist für manche Kreaturen essbar. Für manche zersetzt er auch den Magen. Oh, eindeutig ein Delikatesse. Eine Heimspeise. Habe ich gehört. Ja. In so mancher Leutsgebiete. Nur wenn man ihn isst, wird man auf jeden Fall eingeliefert. Und zwar ins Krankenhaus. Aber du hast krank gesagt, man kann ihn essen. Man kann alles essen. Einmal. Wie schmeckt dir denn? Na ja, natürlich. Also, was meinst du? Wollen wir da rein? Äh, ist da hinten wahrscheinlich der Ausgang. Der wird mir Arsch verlaufen lassen. Ja, genau. Das... Er wirkt oder hat gewisse Resistenzen mit sich. Ich versuche mal hier so leicht einmal anzutippen. Komm, ich level 2 steigen kurz, dann habe ich Giftresistenz. Komm, ich darf auch mal weg. Ich tippe doch mal so ein bisschen rein. Halb fliegend. Ja, ist ein bisschen rutschig unter den Füßen. Wäre schweres Gelände. Aber sonst... Sieht ja was lebendig aus. Das ist schweres Gelände, sagst du. Wie viele Minuten haben wir einfach jetzt zur Verfügung? So lang wie ihr wollt. Okay, dann würde ich jetzt, äh... Das anscheinend... Ach, schweres Gelände, ja, ist egal. Geh einfach so durch. Was solltest du jetzt machen? Ja, ich... Klar, das hinweg, drüber hinweg. Ja, ich hätte sonst nämlich mein, äh... Nochmal... Ein Spell gewirkt, dass ich meinen... Moderate Curse hab. Der hätte mir plus 2 Bonus, äh, auf... Auf verlaufen geben. Oder... Ja, halt auf irgendwelche Effekte, die mich halt schütteln können. Aber das ist mir egal hier. Als ihr auf den Rettungstunnel zusteuert, hört ihr ein Schaben und ein Kratzen im Rohr selber. Ihr seht, dass das bisschen Licht, was da hineinfällt, äh, den Blick auf eine Gestalt freigibt, die sich dort euch langsam nähert. Es ist ein Weidrack-Null. Doch ein wenig größer im Habitus. Und sehr zornes entbrannt. Mit ihren Krallen fährt sie an der Metallwand entlang. Wirft einmal kurz den Kopf in den Nacken und stürzt sich dann auf euch. Für die Sippe! Äh... Der Final Boss vor eurem Abgang. Es wird einfach Perception. Passt aber nicht die Musik hier. Meine Damen, ich muss sagen... Sie sind verdammt hässlich. Das sagt Josef. Aber die ist nicht vor mir dran, ist sehr gut. Alter, wer... Für Murphy. Vor allem bis zum Plus Null. Rüst. Ah, so. Alles schon drin? Na, grisselkrax noch. Kannst du halt eigentlich würfeln? Ich hab dich auf Stealth direkt eingestellt. Corgi wieder umdrehen. Ach was. Ich bin halt anders, ob die hat nicht so aus. Irgendwo, weil der sitzt auf der falschen Seite. Okay. Dann beginnt Stardust. Lauf, Nudel, lauf! Schreif bei Nudel wieder. Oh, gut. Wie ein Kickers-Intro. Oh. Ob der ins Bild gelaufen. Aber er kriegt jetzt Splash-Damage, aber das heißt, er muss den Wurf machen. Ja, post mal. Sag mal, ist das eigentlich Gift? Also Gift? Ja, dann kriegt er meinen DC sogar ab, bis zu 17, glaube ich. Auch mal den Splash-Damage, bitte. Ja, ich würfel schon mal, dann können wir gucken, ob noch was draufkommt. Ja. Ja, ist egal, glaube ich. Bristlebane ist mir sowas vertraut. Das ist gar nichts, in den Mana-Öden trinke ich sowas. Dann kriegt er halt noch eine Giftkugel ins Gesicht. Und dann haut wieder... ...Muchlapp. Vergiss nicht, ist das nicht in Difficult Terrain hier, das Zeug? Ist es? Nein, das Gelbe nicht mehr. So, wo es grün ist. Wurde mir nicht angezeigt. Ja, gibt es auch nicht mehr, das Modul. Es ist eh nicht so wichtig. Äh, Gideon. Der müsste wieder ein paar Zahnräder. Oh, was weiß. Ja, klappt. Ich bin wieder an seinem Esel. Ja. Ja! Los, Gideon! Jeremiah, freu uns den Big Five! Er freuert sich selber an. Komm schon, Gideon, du schaffst das. Geiler Esel, du. Go, Gideon! Go, Gideon! Geile Sau! Dann gibt Gideon nur wieder zwei Aktionen ab, bis der Esel drei hat. Oh nein. Die komischen Gefährten sind immer der Star der Show. Oha! Der Esel geht ja an die Front. Der Esel latscht einmal aus, streift Bristlebane. Das zweite Mal springt sie zur Seite. Sehr gut, Jeremiah! Bleib so! Rex Harkor. Tja, machen wir. Lass etwas Platz! Ich muss sie gleich mit den Kräften des Kosmos strafen. Ich klappte schon zu spät. Oh Gott, nicht das schon! Aufpassen! Das stimmt mit diesem Typ nicht! I believe I can fly! Aber gleich geht's richtig los, ey. Gleiches Wirbelsturm, ey. Da sagst du was. Ich klapp schon mal anzupusten. Bristlebane ist echt der letzte, ey. So traurig. Ja, find ich gut. Also, ich krieg trotzdem immer Doppelrage, irgendwie. Oder was ist das? Oh, Gütze. Obwohl, weil er mich jedes Mal nochmal fragt. Obwohl, in dem Moment, wo ich gefragt werde, hab ich's aber schon. Bist du da bin? Ja, ist okay. Äh, so. Ich hab leider keine Reach, also... Haben alle nicht. Schlag den Esel. Bleib ich... Aus hohes Maßnahmen erstmal dastehen. Bitteschön. Next one. Ich dreh mich, äh... Ist auch manchmal, äh, von Vorteil, wenn man Recall Knowledge oder sowas noch mit einer Aktion auf die Leute macht. Dann weiß man ein bisschen was über die Gegner. Ach so! Möglichst keine Aktionen verfliegen lassen. Irgendwas findet man. Du könntest die auch einschüchtern, jetzt zum Beispiel, ne? Ginge auch. Stimmt, jetzt könnte ich's bei denen geht das wahrscheinlich. Recall Knowledge, wo mach ich das denn? Das ist auch bei denen, äh, Basic-Action. Tschüss. Auch bei denen? Ja. Ja. Ja, dann mach ruhig doch schon mal euren Zug und ich kann das ja mal ihr eben... Oh nein, jetzt war er dran, es ist er rausgeschlagen. Ja. Ja, ja. Äh, der ist vor Bristlebane, deswegen ist die Off-Guard gegen ihn. Ich vermute, er feuert direkt auf sie. Hat's geklappt? Jaaa, hast du sie ausgewählt dabei? Ach nee, nee, hab ich nicht. Aber der Wurf ist eh zu schlecht, also du weißt nicht, was hier passiert. Okay. So, Grisel-Krax, mein Freund. Alter, er will plus 1 Meta. Jawoll. Er trifft. Pfff, voll in die Brust. Torkelt's ein bisschen zurück, dann macht er hier sein Cover-Dingsbums. Klick, klick. Alle guten Schüsse sind zwei, oder? Hm? Alle guten Schüsse sind zwei. Ja, jetzt ist er aber gerade auf offenem Feld, hinterm Korn kann er sich auch nicht verstecken, deswegen ist es jetzt nix mehr mit Heid. Du musst alle hinlegen sonst. Ja, macht er jetzt mal nicht. Schieß doch mal so. Voll in den Esel. Ach, der hat aber bestimmt mal Hero Point, oder? Vom Esel freut's ab. Ja, der hat bestimmt mal einen Hero Point. Ich meine, wann wir dann einsetzen? Ja, hätte er. Aber... Benutzt immer diese Querschläger. Josef. Okay, ich geh dann hier hin. Oh, ich habe gehört. Du möchtest etwas über den Kosmos erfahren. Ich will dich über den Feuer braten. Oh, sehr gut. Und dann wird sie gewurzelt. Ähm, warte. 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 Erstmal mache ich den Cone hier. Jetzt hebt er ab. Nichts hält ihn am Boden. Oh, ja. Erstmal gibt's hier den krassen Cone. Ei, ei, ei. Das Effekt, ey. Okay. Okay. Oh, ja. Dann kriegt er jetzt den Damage. Und ist für drei Runden deszelt. Okay, ein Schaden ist egal. Ei, ei, ei. Ist für eine Runde deszelt. Und mein Fluch erhöht sich um eins. Tja, wie macht das jetzt mehr geschadet? Ähm, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Drei Runden deszelt, oder nicht? Drei Runden, ja. Warte, was hat er gemacht? Zweitmal hast du bei einmal gesagt. Noch eine Runde. Okay. Drei Runden. Ähm, na, schade. Ich weiß nicht, wie ich meinen Curse erhöhen kann. Warte, vielleicht irgendwo hier. Plus. Ah, ich bin schon auf Mode Red. Ah, alles gut. Bin ich schon auf Mode Red. Ähm, da hab ich drei Aktionen schon gemacht, deswegen... Oh, sie kommt tatsächlich dran. Wer wartet? Und das macht ein Desselt eigentlich, äh... Wir sind alle concealed, falls... Oh, jetzt kann ich... Kann ich euch hier alle noch concealed geben? Jaja, das ist krass. Das ist richtig nice. Oh, naja, ich brauch bei allen concealed, denn sie holt mit ihrer Peitsche aus, die sie vom Gürtel nimmt. Concealed ist so armormäßig, oder was? Nee, nee, erst... Du musst ja mal gucken, ob es jemanden treffen kann. Das Flashbang. Ach so. Sieht euch nicht mehr so gut. Ah. So, und dann peitscht sie im Wirbelwind. Geschwind. Mit allen drei Aktionen. Na, schade. Okay, das war schon mal der Flat DC gegen, äh, Josef. Hab ich schon mal geschafft, leider. Ich bin genau down gegangen, genau auf 19. Das ist ja traurig, ey. Dann kriegt Rex auch noch einen. Alter. Und dann... Aber... Aber... Aber seine Ork-Furiosity kickt rein. Richtig, ich. Stay alive. He stays alive. I'm a survivor. Ja, genau. Aber Hauptsache... Hauptsache alles... Wirklich ist das alles schwarz-weiß geworden. Ja, aber... Er hat's tot gemacht. Also kurzzeitig. Er ist halt einfach tot. Er ist halt nix mehr. Ne, ist halt nicht tot. Aber ich würde ja... So, noch irgendwas runter hier. Wounded 1. Bist schon mal down gegangen? War das richtig? Ne, ne? Echt? Ne. Okay, dann ist das auch noch weg. Und deine Axt hältst du natürlich auch noch. Kriegt er dich trotzdem? Ne, der... Ork-Furiosity geht auf 1 stattdessen einfach, oder? Weiß ich nicht. Ich krieg doch Wounded 1. 1. 1. Avoid being knocked out and you're wounded. Okay, der Wounded geht doch hoch auf 1. Ja. Aber du stehst. Du stehst noch. Und dann auch, weil es so schön war, Jeremiah kriegt auch noch einen rein. Ein Crit wahrscheinlich. Ne? Okay. Da trifft's es mal nicht. Da ist unser kleiner Fledermaus-Mann dran. Nude! Nude! Da kommt der Drive-By wieder. Ja. Ja, nächstes Mal muss ich hier das hier leider machen. Belassen. Äh, war das schon? Ich hab noch nicht keine Bombe geworfen. Noch hab ich keine Bombe geworfen. Meine Quick-Bomber wirft aber auch schon die Bombe. Also das ist in der Edition drin irgendwie. Wahrscheinlich, weil er Bombe liest und... Oh, jetzt muss ich Bombenanimation machen. Bombe, Bombe jetzt! Ja, nein, nein! Oh, die knallt! Aber Jeremiah. Kollateralschaden. Da geht ihr Pelz in Flammen auf. Jeremiah auch ein Splash-Damage kriegt sie auch noch. Oder war der da schon mit drin? Acht? Acht, ne. Ja, dann, äh... Zurück und... Wobei, das wohl noch nachladen. Ja. Oh, jetzt hab ich Bristol Bane zweimal einschlagen gegeben. Jeremiah. Mach ruhig. So, und, ja. Jeremiah und Gideon. Da wollen wir erstmal wieder Overdriveen. Vielleicht wird's der Kritsch. Leider nicht. Ja, dann fängt der Esel wieder drei Aktionen. Mhm. Weich. Ja, weich. Oh, jetzt wird's zurückgekrittet. Na, ist schön. Mit Karte. Bludgeoning. Blinded. Der habt ihr jetzt hier sämtliches Augenlicht genommen, ey. Ah! Ich glaub' nur bis zum Ende der Runde. Und... Jeremiah, ich öffn' noch mal. Du hast ja nicht nur das Augenlicht genommen, sondern auch das Lebenslicht. Als Jeremiahs Hinterläufe ihr das Genick brechen und sie in den Tunnel zurücktorkelt, aus dem sie gekommen ist. Ey, euer Blechding ist ja gar nicht mal schlecht. Wenn's ankommt. Du liebst. Mensch, ihr seid echt stabil. Wäre schön, wenn mich einer stabilisieren könnte. Ich kenn' keiner. Ich hoffe, ob man Heiltränke ist. Nein! Keine Heiltränke! Aber... Aber... Das hab ich dir aber gesagt. Jemand Beutränke? Beutränke? Jetzt wird's auch problematisch, ey. Er hat gesagt, er will sich... Warte mal, kann ich nicht so welche lernen? Das wär richtig gut, wenn du das irgendwann könntest. Ich würd's kurz gucken, ey. So einfach... Ich kann da nicht stabilisieren. Das muss Heiling drin haben. Das muss Friedrichsen drinstehen. Das muss Wollhealing sein. Das hab ich, glaub ich, nicht. Funktioniert ein Tank auf dir? Nein! Der tilbt mich. Echt nicht? Oh, scheiße. Der macht halt normal Vitality Healing und das ist quasi Damage für mich. Ach, Kacke. Aber... Von Sir Gideon, mit seiner unglaublichen Wunderhand, mich zusammenzuflicken, wird funktionieren. Funktioniert das drunter, Dings? Du musst mehr von nur Stabilisieren. Stabilisieren geht, glaub ich, ohne. Ja, das macht kein Vitality Heal oder so'n Shit. Hm. Du... Zu Not, wer das nicht schafft, kannst... Du kannst von mir einen Hero Point haben. Ich drücke ihn mir weg. Kannst du einen dazu geben und dann... nochmal würfeln. Gibt's aus. Ja, war das ein Success jetzt? Ich hab keine Ahnung. Das wüsste ich auch nicht. Ich guck mal kurz Stabilisieren. Ich hab noch 15 geführt, glaub ich. Na, schade. Wenn es 15 ist, ist es schade. Ach, wenn du noch einen Hero Point hast, Jan, dann kannst du den auch spenden, um dem Tod zu entrinnen. Das ist am einfachsten, glaub ich. Ja, okay. Dann hab ich jetzt die Hero Point schon weggemacht, dann mach ich das so. Ja. Aber trotzdem Dank. Ich schmeiß mal kurz hier... ...ne Karte weg. Er hebt sich wieder wie ein flatterndes Hemd. Und schlicht weg. Gut klar. Er stößt sich in der Röhre den Kopf an, ein Schadendod. Nee, 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 nee. Ich komm direkt, als ich wieder... Zack. Gibt's hier direkt... Hier gibt's direkt für mich Heilung. Ach, nicht, der Teil. Keinen Can-Trip, ne? Ist das ein Can-Trip, glaub? Nee, ist keinen, oder? Nee, ist das nicht. Der wird zwar wohl. Okay, warte, ich mach meins wieder weg. Ah, nee, Jan hat ja der Can-Trip verboten. So, warte. So, und dann... Mach mal den... Mach mal den richtigen... Sonst hat dich nochmal gekillt. Ja, das Problem ist, weil das halt nicht passt, jetzt passt es. Oh, das geht besser. Und, dass das Geile ist, ich benutze meine Hero-Point-Dings. Trigger, play this after casting a spell. Ich darf ihn nochmal casten. Hast du immer noch einen Hero-Point? Bin dann zwar für eine Minute stupefeilt, zwei... Hast du noch einen Hero-Point? Ich kann davon nochmal mich heilen. Ob du noch einen Hero-Point hast? So, ich roll nochmal healing. Hallo? Hat er heute, hatte ich nicht. Ob du noch einen Hero-Point hast? Du hast doch gar keinen mehr, oder? Ja, ich hatte zwei. Ach so. Du hast doch beide gehabt? Ja, ich dachte... Ich hatte beide, genau. Ich bin dafür wieder looted. Ich, äh... Ich bin für die Finanzen zuständig. Ja, ja, ja. Ich hab ein... Ich hab sogar ein Talent dafür, guck dir das an. Posted Wall of Text, um seine Verbrechen da oben zu vertuschen. Oh, guck mal, hier hat eine Karte. Das ist tatsächlich eine Karte der, äh... Der, äh... Suas von Alkenstar. Oh, will einer eine... Ihr seid nicht aufgeschmissen da unten. Will einer eine Peitsche haben? Äh, wenn jemand sonst will, ja. Haha... Ich bin ja... Ich bin der... Ich bin der Mönch mit der Peitsche! Herr darf mit nein! Haha... Freude! Da ist der Plus Eins Peitsche sogar! Das ist ein krasser Peitsche! Der Ork hat auch was gefunden. Also, ich muss sagen, für euch bin ich leer. Die sollten nichts mehr machen. Passt ja ganz gut. Ihr flieht dann vermutlich durch die Kanalisation. Also, das ist immer gescheit, dass die uns über die Knolle gekümmert haben. Den kleinen Schrott zu bekommen. Ja, das machen wir ganz kurz. Könnte da oben stehen bleiben. Hier hast du noch mal zurück zu den zu den Nagelfressern, die euch dankbar erwarten und erst noch ein kleines Fest zu euren Gunsten feiern wollen. Aber ihr sagt denen dann, ja, wir müssen weiter, Jungs. Woraufhin Fürst Glas dann seinen Belohnung rausrückt. Feinsten Schrott und einen dicken Brocken davon. Kalt-Eisen. Oh, Kalt-Eisen. Das könnte wichtig werden noch. Oh, ich wollte schon immer mal ein Ritual, deutlich als Kalt-Eisen. Du mit deinem 1D4 minus 2. Dafür sollen wir es bestimmt verwenden. Das zeigt doch nicht so. Ein Kalt-Eisen-Damage. So eine schöne Großachse aus Eisen. Das wäre doch was. Wie wäre es mit der Pistole aus Kalt-Eisen? Ja, bringt halt nix. Die glänzt dann so schön. Die ist dann sehr kalt. Ja gut, dann ich nehme es schon mal an mich. Ich als Finanzbeauftragter. Zwei Minuten Dummheit sind wieder vorbei. Ich gehe nicht langsam unter der ganzen Last zusammen. Keine Angst, der Hund trägt das. Ich trage das und der Hund trägt mich. Das heißt, ich muss nicht laufen können. Das Geile ist aber, da das bei mir auch so jetzt ungefähr ist. Ich habe jetzt wie hier noch die Hälfte. Also egal, wenn ihr mich jetzt irgendwie wegschaffen wollt oder so, ich pieke noch die Hälfte. Wir brauchen ein bisschen Blei für Josef, damit wir den auf dem Boden halten können. Okay. Wie haben wir es die Verbrechers gemacht haben. Blei an die Füße und dann in den Meer werfen. So, ihr flitzt dann ab. Mit der Karte von Bristleblaine ist das auch ein leichtes euch zurechtzufinden. Die hat anscheinend ganz Alkenstar von unten kartografiert, um immer irgendwelche Überfälle durchzuführen und dann wieder schnell zu verschwinden. Und dadurch könnt ihr ungefähr ausmachen, wo ihr hin müsst, um wieder zum Saloon zurückzukommen. Und etwa auf halber Strecke in der Kanalisation könnt ihr durch einen Kanalschacht hoch auf die Straße schauen und seht, jemand Bekanntes und hört auch eine bekannte Stimme von unten. Ihr steht dort direkt unter Angelique Loveless, die gerade anscheinend mit ihren Männern redet. Ihr seid so nutzlos. Inzwischen ist es überhaupt nicht mehr möglich, sie aufzuspüren. Wahrscheinlich sind sie längst in ihrem Versteck. Hat dein Kontakt schon die Beweise gefälscht, die wir zur Festnahme Gettlebees brauchen? Was? Eine Woche braucht er? Sag ihm fünf Tage. Nicht mehr. Beeilung jetzt! Und nun durchsucht die üblichen Plätze in Rauchwärts und Höllenwärts. Solltet ihr die Diebe finden, dann tötet sie. Sie wollten euch töten, sie haben zuerst geschossen. Kannst du dir das merken? Gut. Ihr hattet keine andere Wahl. Lass deinen Trupp wissen, dass Maglin den Fangschuss gut belohnt. Und nun ab mit euch, ehe ich euch selbst erschieße. Sie flucht nochmal leise und ihre Schritte verhalten. Entfernt wird und trottet davon. Startup schießt auf sie. So ein leichtes und nachsterkanisation. Und so findet ihr dann noch heute euren Weg zum Saloon. Und steigt ein Level. Und hier endet auch der Abend. Yay. Okay, dann mach ich jetzt aus. Und hier endet auch das mal. Mhm.